So, sind wir dabei. Läuft alles? Hoffentlich läuft alles. Lass mich rein. Das hier lag ist immer ein bisschen normal. Jedenfalls das Fenster quasi für euch, aber ja. Hi, Maruko. Immer am Stream, wenn ich pennen gehe. Ja, ist gerade alles ein bisschen kompliziert. Wir sind alles aktuell immer sehr spontane Streams. Ohne wirklich eine Schedule und so. Ich hoffe, das ändert sich dann, sobald ich mit dem Umzug durch bin. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ändert sich das dann. So, läuft alles? Ton scheint zu klappen. Frames halbwegs auch. Supi. Hoffentlich bleibt es auch so. Wohnung, ja, ist sicher. Da ist, äh, Wohnungsübergabe... Wohnungsübergabe ist am 22. Und... Einzug ist dann so eine Woche später. Äh, so dass ich dann... Ja... Wirklich Ende März drin bin. So, 29.30. 1. April so in den Dreh, weil ab da geht dann auch die Miete los, glaube ich. Man hat ja die Wohnung manchmal so ein bisschen früher. Ähm, ja. Echt nicht mehr lange, ja. Jetzt gerade ist auch... Ich glaube, man sieht es sogar. Warte mal. Hier, da, dahinter. Habe ich schon die Kartons. Da werde ich dann wahrscheinlich jetzt die... Tage. Wahrscheinlich sogar morgen. Boah, ich liebe diese... Diese Sound-Moddy, ich finde die so geil. Ähm... Da werde ich jetzt wahrscheinlich morgen übermorgen packen. Ja, das Gute ist, ich habe halt quasi nur dieses Zimmer, was ich packen muss. Ich habe halt quasi echt nur dieses Zimmer. Und ich habe jetzt auch nicht so viel, also... Das Nervigste wird ein bisschen die Möbel. Die muss ich halt noch ein bisschen... Oh, ein Schill-Last. Aber ich habe keine Bälle, ne? Oh, ich habe drei Bälle. Komm, das versuchen wir mal. Ähm... Was wollte ich sagen? Genau, ich habe halt nur dieses Zimmer. Möbel wird nervig, aber es ist... Es wird schon gehen. Komm. Scheiße. Scheiße. Bei mir ist das echt... Echt ein bisschen laut. Ist alles fix fertig, ohne Stress. Ja, bei mir zum Glück. Also... Wir gehen da auch direkt, ähm... Scheiße. Ich habe echt nur noch... Diesen einen Ball. Komm schon. Ja! Oh, oh, es hat geklappt. Aber es ist ein PC, den wir nicht haben. Naja, jedenfalls nicht hier. Ähm... Ich bin zu viel der Starter, ne? Ja, mein Schreibtisch geht. Ich überlege auch, ob ich noch meinen ein bisschen erweitere, ein bisschen vergrößere. Ich habe hier ja quasi schon eine Erweiterung. Meiner ist eigentlich deutlich kleiner, als er jetzt ist. Also ich kann es jetzt nicht wirklich zeigen. Aber ich habe hier noch so einen Rolltisch daneben. Der ungefähr, ja, eigentlich die gleiche Höhe hat, außer ein paar Millimeter. Und... Und, ähm... Den nutze ich halt quasi auch noch. Jetzt eine kleine Erweiterung. Da könnte ich reintäglich noch einen Monitor raufbringen, aber... Wird schwer wahrscheinlich dann. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte zurück, ne? Also ich habe letztes Mal auch eine Aufgabe, weil... Ich dann massive Probleme mit der Grafikkarte, glaube ich, war es noch, hatte. Ja, Höhenverstellbaren habe ich leider nicht. Wäre cool, aber habe ich leider nicht. Das heißt, ich kann auch nicht wirklich im Stehen streamen, was vielleicht mal ganz cool wäre, aber... Kann ich leider nicht. Das wäre aber sehr cool. Ja, ich mache mal hier... ... einen Wegpunkt hin. Ähm... Ich mache erst mal... Ja, warum? Ach, ich wollte ja eine Höhle finden, ne, eigentlich. Aber not genau, weil ich habe jetzt schon so viele Sachen wieder im Inventar. Dass sich da gar nicht wirklich wohnt, äh, lohnt. Ja, okay, neun Jahre schon. Schon ziemlich alt. Meiner ist gerade mal... Also mein Schreitisch ist jetzt, keine Ahnung. Zwei. Ich bin ja noch gar nicht so lange in dem Zimmer und jetzt haue ich ja wieder ab, ne? Shader habe ich jetzt übrigens rausgenommen, weil... Ich glaube, für den Stream ist das ein bisschen... ... ein bisschen too much. Letztes Mal hatten wir da ordentliche Lags und dann auch noch am Ende der Absturz. Warum habe ich jetzt mal den Shader rausgenommen? Ich glaube, der war ziemlich brutal. Also, war schon ein mega hübsch, der Shader, aber... Was ist das denn? Ich glaube, das hätte ich nicht zerstören sollen, oder? Naja. Lichty. Oh, okay. Ich glaube, der hat auch schon ein paar Gebrauchsspuren, so, ne? So ist es jetzt nicht. Weil, ne, ey, manchmal gibt es auch so Momente, da könnte ich den am liebsten auseinanderbrechen. Meistens ist er nicht der Schreibtisch. Eigentlich nie. Er ist schon ganz gut, aber jetzt relativ klein. Auch wenn ich einige Nackenschmerzen habe, wenn man beschreibtisch, weil, äh, hier ist, äh, also ja, hier für mich gerade ist, ähm, der Haupt-PC oder Haupt-Monitor. Und hier ist mein zweiter Monitor, das heißt, ich muss immer quasi so gucken, damit ich ihn voll sehe. Und das geht manchmal echt auf den Nacken. Ich hatte ja eine Ausbildung, wo ich, ähm, von zu Hause aus, eigentlich alles hatte. Und da habe ich sehr aktiv beide genutzt. Und es war eine Qual. Also ich hatte eigentlich täglich Nackenschmerzen. Ich habe zwar einen drehbaren Stuhl, aber, ne, aus Reflexen mache ich halt immer mit dem Kopf und nicht mit dem Körper so. Sechs Monitore. Ja, abgefuckert, wie ist das denn passiert? Sechs Monitore habe ich jetzt auch noch nie gehört. Da ist schon wieder sowas. Soll das ein Pilz sein oder was? Ziemlich groß, Alter. Ziemlich großes Abwech. Sobald sollten wir auch ein paar Entwicklungen haben, ne? No, Kamorx. Ähm, Kamorx, hast du dieses Level, bist du? 17. Das ist blöd, aber... This is what it is. Fuck. Wird. Schnell! Was ist denn das diese Pilze? I don't know. Auf jeden Fall sind es Pilze. Wird versuchen. Wahrscheinlich schlägt mir das ganze Team dann weg, ne? Ich brauche nicht, oh. Wir werden jetzt so weggeswiped von dem... Lemley, kannst du das? Mikro-Ladung. Digga, wir werden so weggeswiped jetzt von dem. Scheiße. Ja. Damn. Schade. Naja. Gehen wir back home. Also, home in Anführungszeichen. Home versuche ich auch heute zu suchen. So eine richtige Base. Wo wir auch ein bisschen so eine kleine Farm machen können. Vielleicht in der Nähe von einer... Von einer coolen Hülle oder so. I don't know. Immer greift uns jetzt keins mal an. Wenn alle tot sind so. Das ist ein Vorteil. Das Ei behalte ich mal. Tatsächlich. Haben wir schon gesehen, was da alles rauskommt. Sechstausende. Zipi und Mainboard. Das ist schon... Schon massiv. Sechstausend allein dafür. Also mein ganzer PC ist ein Wert von 3000. Mein gesamter... Stand... Vor zwei... Drei... Ja, drei Jahren. Ja, drei Jahre mittlerweile. Der PC ist drei Jahre. Das ganze Zimmer hier. Zwei. Mittlerweile wäre der PC wahrscheinlich um einiges billiger. Ich kümmere mich da jetzt nicht so aus. Ich habe ihn auch für deutlich weniger bekommen. Durch Connections und so. Ist wenig im Vergleich mit einem alten Comic. Hast du einen NASA-PC oder... Oder was geht bei dir da ab? Sechstausende allein dafür. Ist schon brutal. Wollen sechs Monitore auch noch, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ein dritter... Ein dritter muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich auch brauche. Also ich komme auch mit... Mit... Zwei zurecht. Ein dritter wäre optimal. Vier bräuchte ich wahrscheinlich nicht mal. Wobei vier wahrscheinlich perfekt wären für mich. So links, rechts einer jeweils. Mitte natürlich. Und wahrscheinlich so oben. Haben glaube ich auch manche. Das ist ziemlich cool. Krass, okay. Ja, ich kümmere mich da jetzt nicht so aus. Ich wollte da zweimal reinkommen. So ein bisschen in die Technik-Sparte, sage ich jetzt mal. Kam da jetzt bisher noch nicht wirklich dazu. Aber wäre ich auf jeden Fall mal, woher weiß ich eigentlich... Was ich nicht brauchen würde, wenn ich mal da... Ich näher belese. Schon ziemlich nützlich. Jetzt schmeiß ich den jetzt hier. Ja, Technik ist halt auch so eine Sache, ne. Die entwickelt sich so schnell weiter. Ich glaube, das merkt man gar nicht so wirklich, wenn man da nicht drin ist. Aber es ist schon ziemlich krass. So viel bin ich denn schon drin. Also ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sich da viel entwickelt. Was die Leistung so angeht. Auch wenn es nicht immer visuell ist. Ja. Was war da nochmal, ähm... Boah, vor einer Weile gab es doch diese richtig, richtig teuren... Grafikkarten. Also gibt es wahrscheinlich immer, ne. Aber da gab es irgendwie mal... Ich glaube, das war wegen Chip-Mangel oder so, ne. Gab es da mal so einen Aufschweil. Oder einen Mangel, glaube ich, war es eher, ne. Dann sind ja die Preise massiv gestiegen. Genau, Chips waren es. Ich glaube, das war ja auch PS5 und so, ne. Super lange. Knapp. Mittlerweile geht es ja, glaube ich, so, ne. Also PS5 kriegt man, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut. Okay. Okay. Ähm... Läu, ist hier eine Höhle? Wenn es jetzt ein Monster oder so ist, ne, dann... Dann bin ich raus. Ich schau mir das gleich mal an. Smile. Ah, stimmt, ja. Ja, kann auch sein, dass es deswegen war... Das war krass, auf jeden Fall. Aber mittlerweile ist ja... Da war ich mir ein bisschen besser geworden, ne. Wenn ich mich nicht irre. Ich brauche ein Sortiersystem. Ich brauche ein Sortiersystem. So, den kann ich verkaufen. Eisererz kann ich, äh... Braten. Hier. Du, 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 du. Äh... Sonderbonbon. Karotte kann auch da bleiben. So, ja. Ich mache jetzt mal hier so, warte. Bup, bup, bup. Okay, ne. Bup, bup. Das kann auch noch da rein. Du auch. Ja, komm. So, eine Bombe machen wir auch mal rein. Äh, Bett nehme ich mal mit. Und das Ei kann da rein. Jetzt nur noch eine GPV-Gen. Von entweder aus die RTX 50 und, ja. Kann ich mir vorstellen, ne. Kann ich mir vorstellen. Ach, ne, halt habe ich schon. Muss mich heilen, boh. Verkaufen. Nur 500? Ich dachte mehr. Ähm. Ich kann mir nicht mal einen Superball holen. Jesus Christ. Jesus Christ. Baukside hole ich mir mal. Aber hier. Baukside kann er... Baukside kann er rein. Und Silikon rein. Da brauche ich das Eisen hier. Nice. Ich glaube, ich, äh... Hm. Ja, wir gehen jetzt in die Höhle. Nehmen Karotten mit. Und... Alles klar, Maruko. Dann gute Nacht. Und man sieht sich. Ich versuche immer, in deine Streams reinzukommen. Aber ich glaube, wir haben irgendwas gemeinsam. Nämlich immer dann, wenn ich streame, bist du im Bett und immer dann, wenn du streamst, bin ich irgendwie beschäftigt oder... Oder gone. Ich sehe dann immer die Notifications und dann, wenn ich dann mal kommen will, auch zu spät. Aber na, hört sich bestimmt besser an. Alles klar, dann schlaf gut, mein Lieber. Und, äh, träumen was Schönes. Gute Nächte. Was wird der denn? Wir werden dich schon treffen. Genau. Gute Nacht. Und hi, Flavio. Der eine geht, der andere kommt. Hi, Flavio. Ähm, ja. Eigentlich wollte ich den letzten Stream, den letzten machen sie wirklich, ne? Aber ich hatte irgendwie jetzt mega Bock. Nach Zeit, diesmal. Dass ich jetzt doch noch meinen Stream hier anwerfe. Aufgabe hat er leider nicht nähergekommen. Also, wir haben auch noch keinen Blumander. Leider. Wir haben super viele Starter gefangen. Ich weiß nicht, wie. Also, äh, ich weiß nicht, auf welchen Stand du warst, letztes Mal. Ähm, wir haben ja ganz am Anfang, ne? Karnimani als Starter genommen. Dann haben wir einen Iguamaru gefangen. Super schnell. Ähm, endivier dann auch noch relativ am Anfang bekommen. Dann haben wir ein Ei geworfen, weil ich dachte, ja, okay. Das letzte Mal, als ich Pixelmon gespielt habe, kam da ein Minecraft-Riener raus. Und auf einmal kamen da so fünf Lämmlings rausgeschossen. Und eins hab ich geschafft zu fangen. Ähm, und jetzt gerade am Anfang haben wir noch einen Celeste gefangen. mit dem letzten Ball. Das sind immer die letzten Bälle. Leider noch kein Commander. Aber ich glaub, es gibt die. Kann man nicht, warte mal. Äh, Pokédex war I. Kann ich sehen, wo sie sind? Nee, ich muss sie erst mal antreffen, ne? Spawn Locations. Ja, okay. Ich muss sie wenigstens treffen, bevor ich... ...die Information sehen kann. Ich erinnere mich, aber... Ich glaub... Ich glaub, Commander gab's bei den Bergen. Das heißt, wenn wir mal einen Berg sehen... ...sollten dort Commander fangen. Können. Wir haben jetzt noch nicht wirklich krass viel Bergbiome gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Biom schon zählt. Ist ein bisschen klein. Ich glaub nicht. Ähm, ja, aber wir werden heute eh... ...uns ein bisschen auf die Suche machen. Nach einem schönen Ort zum Leben. Also heute, was... ...ich machen wir heute, ist... ...ein bisschen Grinding. Leveln. Ein bisschen fangen. So wie... ...ne Hölle... Ach, guck mal, noch ein Indie hier. Ähm... ...und ne Base suchen. Das ist der Ziel. Oder das Ziel. Nicht der Ziel. Ich Idiot. Oh, fuck you, America. Let's go. Ja, Shale hab ich das auch rausgenommen, weil, ne... ...letztes Mal wurde es dann nach der Zeit immer extremer. Immer wieder gab's kurze Freezes. Ob man sie nur so eine Sekunde waren. Aber am Ende dann, ne... ...als ich rausnehmen wollte... ...mehere Minuten einfach hat's geladen. Dann dachte ich mir, ne... ...beende ich den Stream. Und, äh, ne... ...genau dann, als ich's beendet habe... ...hat's fertig geladen. Und jetzt läuft alles flüssig. Pandi muss als Haushaltshilfe. Wär schon clever eigentlich, ne? Wär schon clever. So, ich such jetzt nochmal nach ein paar... ...nach ein paar Karotten. Und dann gehen wir in die Höhle. Gutes an Höhlen. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar... ...ähm... ...ein paar Steine finden. Also nicht die normalen, ne? Sondern... ...feuersteine und sowas eventuell. Der wär... ...wär schön, wenn die Pandemassi so viel könnten, wie... ...die im Anime. Äh, Karotten. Wo waren die Karotten nochmal? Xp-All wär natürlich auch geil, ne? Aber ein bisschen Arena und so hab ich auch noch nicht gefunden. Wo wir schon ein bisschen erkundet haben, aber... ...aber okay. Oh, hier ein Trainer. Wollen wir nochmal versuchen? Ein Trainer. Äh... Er ist Level 15. Ich geh mal mit Flamin am Anfang rein. Da gerne bist. Natürlich der... ...schwächteste Beginn. Und wir sind verwirrt. Direkt verwirrt. Das ist doch prima. Schon nicht, wenn wir jetzt gekillt haben, dann nachher. Uff. Äh, schon wieder verwirrt? Was ist das denn? Hat das hier irgendwie eine andere Welt oder so? Oh, Verwirrung selbstverletzt. Es ist super. Acquitted. One-shot. Oh, aber er hatte nur einen Pokémon. Okay. Okay. Immer ein Flemly und Karnimani. Die anderen sind... ...dead. Zum Glück mach ich keinen Nasslock, ne? Auch wenn ich nicht wüsste, wie das hier gehen soll. Das ist ein Nasslock. Weil es ja unendlich Routen in dem Sinne gibt. Ach, da hinten, ne? War... War das da hinten? Mit den Karotten? Ich glaub, das war hier. Ja. Ach, ist ja geil. Weil es gibt Bänke. Okay, mal wieder ein paar rein, ne? Okay. Okay, mal wieder ein paar rein, ne? Ist schon krass, ne? Wie das einfach alles in Minecraft kommt. Die Mod ist ja super alt. Ich weiß nicht, wie sie früher war. Früher waren... ... und auch noch so... ...sau hässlich. Oh, ich lebe noch ein Zeichen, ne? Lieber nicht. Ähm... Oh, es hat schon vor Urzeiten funktioniert. Ich glaub, schon... ... neun Jahre gibt's die Mods schon bestimmt. Ungefähr. Auch wenn sie immer wieder geupdatet werden. Silikon. Aluminium. So, Aluminium brauchte man für... Gibt's... Gibt's weitere... Kann man hier gucken? Oh, ich kann hier gucken, wie man Pokéwelle macht. Okay. Ähm... Jetzt hab ich natürlich nicht mehr alles im Kopf. Also ich weiß hier... Ne, ist mal nicht Aluminium, ne? Ist mal Silber. Silber für... Superbälle und Platin. Für Hyperbälle. Ja, Officer Rocky ID. Mach ich alle. Wahrscheinlich nicht, aber... Wieso? Ähm... Hühnchen kann rein. Jeder kann... Warte mal, das Hühnchen kann ich eigentlich machen. Muss ich ein bisschen essen. Ähm... Ich mach mir noch mal eine Spitzhacke, weil meine... ...bald kaputt ist. Also was, ich mach sogar hier mal... ... ein bisschen mehr. Äh, ich hab kein Holz mehr. Doch, hier hab ich noch... ...zwei. So. Und hier... ... und hier... ... so. Ähm... Ja, die Erde... ... nehme ich noch mal mit. Wenn es ist eh wieder... ... eine ganz kleine Höhle... ...wahrscheinlich, aber... ... ähm... ... wo ist es hier so auf der linken Seite? Habe ich irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Ähm... Warte mal, Fluggewehe haben wir einen Flug-Pokamon? Nee. Den haben wir auch nicht. Stein hatte ich noch, ne? Aber einen Stein-Pokamon habe ich auch noch nicht. Ich glaub, diesmal nehm ich aber... ... ein paar Tränke mit. Komm, an der Sieg, nehm ich auch noch mal mit. Ja. Giori da auch. Hilfs hochbauen oder so. Ähm... Ja. Komm, gehen wir. Die Hand hier, ne? Das finde ich, die Röde von... Ich glaub, die war da, ne? Ja. So, bevor... ... muss ich auch noch kurz mal hier Handy abchecken. Ich glaub, ich hab wieder ein paar Nachrichten bekommen. Sehr gut. Mh, 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 mh. Rass, rass, f***er. Pfff, pfff. Pfff. Zang is. Rass, rass, f***er. Rass, rass, f***er. Rass, rass, f***er. Rass, rass, f***er. Pfff. Na, 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 na. Haben die keinen Bock mit der Reparatur? Warum das denn? Schweinerei. Na, 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 na. Das ist eine kleine Höhle, ne? Brettern. ... Kack, nicht die Vergiftung, Alter. Wart mal. Es ist noch nachts. Das heißt, ich könnte mich heilen, ne? ... Warum hab ich ... ... ... ... ... Ich sag mal, so Kohle brauche ich das nicht wirklich, ne? Was ich aber bräuchte ist... Ach, warte mal, jetzt habe ich ja gar nicht mehr... Das ist blöd, in dem Fall. Ah, das war gut mit dem Shader, ne? Dass die Hackel auch... Äh, Hackel. Hackel auch so funktioniert hat. Aber warte mal, gab es nicht irgendwie? Also ich habe gehört, dass das gibt. Grafikeinstellungen. Durch Optifine. Details. Qualität. Sonstiges. Animation, ein manches Wasser. Feuer, ja. Partikel. Shader, ja. Also nein, in dem Fall. Schade eigentlich, ne? Das ist so viel... So viel Wegfrist. Never show again, ja. Wie lange hat das jetzt das Mikrofon? Böp-Böp-Böp-Böp-Böp-Böp-Böp-Böp. ... 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 So, 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 haben wir jetzt heute, wie gesagt, nochmal eine Beratung bei Thoman eingeholt. Der Verkäufer hat mir tatsächlich sogar, ohne zu wissen, dass ich einen im Hinterkopf hatte, empfohlen, wie das, was ich im Hinterkopf hatte. Okay, das ist dann ja ein gutes Anzeichen eigentlich. Noch mal eine extra Bestätigung eigentlich, dass du das nur wie solltest. Ja, Shader, äh, nicht Shader-Einstellung. Ich dachte, das wäre ein Taubus. Ähm. Fackel-Leuchten habe ich jetzt leider nicht gefunden. Gibt es halt wahrscheinlich auch nur mit Shader. Okay, dann. Wollte ich sagen, wo gehen wir hin? Ach, leck mich doch am Arsch. Guck mal, da unten ist noch ein Dorf. Drei Dörfer. Ja, komm, gehen wir, äh, gehen wir trotzdem mal in den Norden, weil da hinten... ...sehe ich eine Höhle. So, eigentlich direkt im Norden. Ja, eben, ne? Ist ja immer zwei Jahre und so. Ja, aber was ist denn mit denen, ne? Ich finde, zwei Jahre sollte man eigentlich immer alles, oder so gut wie alles, machen. Oh, ist das geil. Die Sounds. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und so. Scheiße. Family is down. I think you can go to drops. I can see the time with the Minimap. Ich bin geschockt, dass sie noch keinen Pokémon entwickelt hat. I'm gonna be totally honest. Eigentlich könnte ich erstmal die Items wegnehmen, ne? Wenn ich wieder beim temporären Lager bin. Ja. Also bei 10 Jahre Garantie wissen die eigentlich... Okay, ja. Wird nicht nur die sein. Aber wenn überhaupt dann, ne? Einzelfälle. Baffinada. Ja, mit dem Mike. Aber von Rode war es, ne? Von Rode. Ja, von denen habe ich auch schon sehr Gutes gehört. Ich glaube, da habe ich mir tatsächlich auch ein paar angeguckt. Jetzt habe ich ja aber das... Das Onyx. Das Onyx. Das war jetzt vom Preis-Leistung her. Das war jetzt vom Preis-Leistung her. Das war jetzt vom Preis-Leistung her. Das war jetzt mein Rahmen. Das ist mal das so billigste eigentlich, gefühlt. Was dann noch ganz gut ist. Das heißt, do it. Ja. Boah, ne. Fleck-Neiner. Den Bruder habe ich überhaupt keinen Bock. Ähm. Kleine Stein. Willst du aufs Maul? Shit. Wo anscha. Ja. Genau, er Neins. Oder war's. Oh, der Bruder hat Robustheit. was habe ich denn für ein erfolg bekämpfer 50 pokémon hätte ein theoretisches mitnehmen können ich brauche silber und platin ich habe leider keine ahnung wie die beiden aussehen ist silikon das ist toxid nämlich auch mal mit jesus christ welche höhe bin ich bin höhe 39 ok hier das kristall war das kristall ja sie bett in stalinia noch eins ok ich merke mir stalinia was ich noch auf der map blommel dekta zubert kleinstein kiesling alola dekta stolunior ja die unten fucking galah zick zack es ist aber nacht nacht heißt ich kann meinen pokémon heilen nice jung ich war heute bowen ne ja bowen und alter meine meine fucking drei finger ich habe irgendwie keine ahnung ich habe mindestens fünf jahre war ich nicht baul ja stalinia würde ich auch locker mitnehmen aber ich habe leider keine bälle die letzten drei habe ich alle für stalinia verbraucht sonst hätte ich das locker mitgenommen so aber ich könnte ich könnte jetzt wo ich die shader rausnehmen musste könnte ich to be honest meine sicht weiter erhöhen jetzt wo ich das so sehe aber irgendwie irgendwie ist es trotzdem so ich glaube weil es immer so weit reingeht death of finger ist schon pretty sad oder kidname broken finger und am ende so pretty much die letzten drei runden habe ich basically kein keinen einzigen scheiß ding ins ich weiß gar nicht wie die dinge heißen kegel getroffen aber bowling ist schon nice schon pretty underrated eigentlich dafür dass ich es nie mache und es ist also keine ahnung ich hasse es weil wenn ich nicht treffe und das kommt relativ häufig vor vor allem so gegen ende wenn ich einfach kaputt meine hände kaputt waren aber wenn man wenn man so eine gute runde hatte bohr es ist so befriedigend was bist du silikon herz ja stimmt stoller ist schon brutal ne von so mega stoller ist aber ich glaube das einzige mega pokémon was wir bisher gesehen haben war oh doch und die muss man ja besiegen um die mega steine zu bekommen sind ja quasi so boss pokémon totem pokémon basically bowling oder keygen to be honest ich weiß es gibt einen unterschied ich glaube keygen hatte einen weniger ne jetzt finde ich schon wieder ein spawner alter ähm ich würde aber sagen bowling ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wo alles die unterschiede sind außer ich glaube bei der anzahl von den dingern ich würde aber sagen bowling ich glaube auch ich bin mir gar nicht sicher ob ich jemals keygen waren wahrscheinlich ist mir einmal nicht der unterschied aufgefallen wie gesagt das letzte mal als ich wirklich bowen war ist auch vor fünf jahren gewesen oder wir haben sogar eine silberbahn von dem scheiß bronxel bekommen fucking sehensit ähm ich mach mal so warte ich hab eh keine fehlenden attacken aber ich hab hier mal so ein extra inventarslot ähm dann lass ich das gehe raus bruder noctus ach du scheiße diese level ich muss mir glaube ich echt ein backpack mod installieren weil das ist schon ein bisschen insane ne boy ist das geil mit den partikeln da ich liebe diese ambiente mod und grafik und grafik ich weiß jetzt gar nicht jubi anders woher die die partikel kommen ob die fallen vielleicht aber i don't know ich würde schon ganz gerne nach unten was ist das überhaupt ich weiß nicht wie ich habe auch nicht wirklich bock zu sterben sondern ich werde nie mehr rauskommen ich mach mal kurz was aber nur zur sicherheit weil es mich hier um den pokémon angreift oder so jo fleck 9 bleibt bei dir platin nice platin sehr 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 nice brauchen wir für für hyperbälle aber mit ziemlich schwer die haben die haben es schwerer gemacht wenn die hyperbälle kommt aber okay bin ich all for all to be honest später werden wir die dinge auch nur äh kaufen also ne da haben wir später deutlich einfache methoden an die zu kommen ja pistalle brauchen wir die genau feuersteine hier i call it ich hätte mir noch äh ein wassereimer mitnehmen sollen ne ja das ding ist ich habe jetzt extra ne diese beiden oder diesen block hier vor euren habe ich gemacht weil hier war vorher lava das heißt wäre ich jetzt an lucky gewesen und wäre irgendwie keine ahnung hier rein gefallen dann wäre ich jetzt da lang da lang da lang hier und eventuell da in dieses loch gefallen wo die lava war vorhin hätte ich irgendwie hätte mich das fleck oder das floh mehr angegriffen dann wäre ich ja quasi in diesem battle gelockt mein pokémon würde hier kämpfen ich bin währenddessen hier so am fließen da habe ich extra hier diesen einen block gemacht weil ne ich kenne mein glück ich riskiere hier gar nichts vor allem mit dem items die ich hier im inventar habe ähm gleich muss ich ja auch noch ich habe einen platz genau für den feuerstein scherbe scherbe whatever mach ich manchmal so doppelklicks auf einmal automatisch das ist ein bisschen nervig so silikon ja okay silber haben wir aber noch nicht also wir haben diese eine wir haben diese eine wir haben diese eine wir haben diese eine ein barren aber das war es halt auch ne kein erz ich dachte ja okay dieses platin wäre ja das ist immer vielleicht aber naja i guess not das ist eine maus hast du du bist keine ahnung ich habe den namen vergesst ich habe es war eine von logitech ich könnte nachgucken aber ich bin zu frau du wirst aber wo ich nachgucken soll aber zeig doch einfach nicht cam ich habe keine kabeldose warte kann ich machen hier ich glaube warte mal ich kann basically warte mal die hier g502 hero Flach hey du klingst du du steig du dich du du wo Ja, also Maus ist tatsächlich auch so eine der Sachen, die ich am Computer am ehesten noch ersetzen würde, so, sobald ich das Geld habe. Okay, ich muss sagen, ich feiere die Wasserfälle und so, also nicht schon massiv laut, wenn es so in der Masse ist. Was macht überhaupt ein Visor hier unten? Boah, das ist so eine Sache, ne? Ich hätte da jetzt einfach reinfangen können. Irgendwie ein scheiß Visor. Soll ich noch weiter? Das Ding ist, eigentlich bereue ich es immer, wenn ich noch weitergehe. Eigentlich bereue ich es immer noch eher. Ja, weil irgendwie sterbe ich dann und verliere alles. Gibt es noch irgendwas Besonderes hier? Es gibt sehr viele Erze, aber... Was ist das? Das frage ich mich. Habe ich das im Inventar? Ne, oder? Das habe ich nicht. Ist das Säler vielleicht? Ich habe gerade massiv Angst, ne? Lass mich irgendein Pokémon da angreift und ich da runterfalle. Ich mache mal so, warte. Schneckmark ist auch wild. Ich glaube, das ist Silber, oder? Ja. Okay. Ich denke irgendwie die ganze Zeit, das wäre Silikon. Aber ne, Silikon hat diese normale Textur. Da ist auch noch Silber. Brauchen wir für Superwelle. Und darum einfach mal mitnehmen. Ja, ist wie Sonne. Ich habe es erlöst. Sehen wir es so. Was ist das überhaupt? Der eine Stück. Kann man dem Verkäufer verkauft werden? Okay. Ich hoffe mal für einiges an Cash. Ja, Carpador, ne? Ich hoffe mal für's. Also ich kann mir vorstellen, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass hier will man was bauen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, da hätten wir es schon gesehen, oder? Warte mal, was sehe ich so auf der Map? Ist hier Skopel noch zusätzlich, Carpador wegen den Wasserfällen, Schneckmack, oder sonst die gleichen wie vorher. Warte? 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 Warte mal hoch. Ähm, müssen wir in den Pokémon gehalten werden? Ne, die sind alle fit aus, außer in Divi so halb, aber ja. Hat halt nur 5 Kp verloren, das geht glaube ich klar noch. In Divi soll sie mal einkriegen, ja. Grosome fucking Boids. Aber wo Boids? Kiesling? Wenn wir das kehren, dann könnten wir sogar uns gleich heilen. Ich bin auch selben, brühe. Was denn? Warum macht Richard's Dingens ein Emote? Weil ich das so eingestellt habe. Beziehungsweise ich hab auf 7 TV hab' ich ein Emote, das Point of View heißt. Und darum wird es gleichzeitig ersetzt. Und darum wird es gleichzeitig ersetzt. Und darum wird es gleichzeitig ersetzt. Ich bin ja ziemlich so krass auf Twitch Deutschland aktiv. Ich bin eher so im englischen Bereich aktiv. Kann es sein, dass 7TV in Deutschland nicht so big ist? Weil du bist gefühlt der Einzige bei mir, der 7TV ist. Was für Cheetah? Ich finde so viele Starter. Ich weiß selbst nicht wieso. Halt wirklich Kani Mane als Starter. Igamaru sofort am Anfang als zweites Pokémon. Dann Endivi habe ich auch relativ close noch gefangen. Dann Flemly habe ich aus dem Ei bekommen. Habe ich geworfen, weil ich dachte, ja, da kommen Minecraft-Twinner raus. Weil es bei der letzten Version, der ich gespielt habe, auch noch so war. Und dann kamen also 5 Flemly raus. Und eins habe ich gefangen. Und jetzt am Anfang vom Stream habe ich noch ein Schellast gefunden. Was aber auf dem PC ist. Base Genada. Halt echt. Also ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht... Dann habe ich auch Unlucky, dass meine Viewer das nicht kennen oder nutzen. Aber ich habe das Gefühl, so in Amerika und so ist 7TV viel größer so. Weil dann wird es so viele Leute. Okay, ich gucke halt nicht wirklich deutsches Streamer, darum. I don't know. Kani! Ja, schon bei der Twitch-League gibt es auch. Das ist ja basically eigentlich das Gleiche, ne? Giga-Chat halt. Also ich weiß nicht wirklich, ob es da andere Funktionen gibt. Darum habe ich mich jetzt eigentlich nur für 7TV entschieden, weil... I don't know. Ich weiß nicht, ob das andere doppelt gemoppelt wäre. Ja, wie ist denn? Mach mal. Ich will mir endlich, dass ein Starter sich entwickelt. Oder egal wer. Boop, 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 boop. Also die meisten sollten sich... Also in Review, denke ich, auf dem nächsten Level kann ich mal nicht... 100% auf dem nächsten Level. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Starter auf Level 19... Ja, okay, auf dem Handy habe ich 7TV auch nicht. Glaube ich. Es gibt auch auf dem Handy, aber... Wie komme ich zurück? Wie komme ich hier zurück? Oh, okay. Ich habe ihn gefunden. Oh, shit. Oh, shit. So, wir kommen jetzt hoch, ne? Ich bin von einmal runtergesprungen. Hier, Glenn. Boop, boop. 7TV auch aufhänden. Ich glaube schon. Man kann es sich irgendwie runterladen. Auf dem Website steht es, glaube ich, irgendwie. Vielleicht war es aber auch... Keine Ahnung, vielleicht war es das anders. I'm not sure. Vielleicht spread ich hier gerade Fake News oder so. I don't know. Äh, gehen wir zurück zur Base. Wo ist denn die? Hallo? Da. Ich finde dieses Video umso geil. Ich werde auch mal durch. Ich glaube, da gibt es auch ein paar andere Pokémon. Haben wir Platz? Ja, haben wir. Das heißt, ey, Walter, komm mal ja. Aber du kämpfst gegen York. Rudi. Rudi. Nice. Der Voidopselon sich echt richtig hat, ne? Jo, nein, nicht schon wieder. Ein andersfarbiges Pokémon. Oh, fuck, ey. Letztendlich habe ich keine Pokébälle. So ein Shiny ist es nicht, aber... Come on. So eine Scheiße. Wenn eine App am Handy war. Okay. Ja, also... Basically... Wow, das ist ein Klick. So, dann hat man halt schon Add-on. Boah, wie ärgerlich. Also ich musste es töten. Ich halte es nicht aus, weil es hier so... Ohne mich. Auf dieser Welt lebt. Und diese Soundkulisse ist so geil. Ein bisschen dumm, dass es nicht in Vanilla-Meinkopf sowas gibt, aber okay. Ich glaube, das wollen die gar nicht hinzufügen. Warum auch immer. Boah, kannst du Dinge nicht im Browser runterladen? Das war ja alles nicht so. Ich hatte noch nie einen Star-Wunder. Wunderbar ist das gerade. Ich bin generell manchmal nicht schockiert. So, keine Ahnung. Ich sehe so immer auf Twitter oder so. Oder Instagram teilweise so Leute. So, keine Ahnung. Vor einer Weile war so... Die iOS-User waren richtig gehypt. Richtig gehypt, dass sie Bullshit haben. So, keine Ahnung. Ich so als Android-User sitze da und denke mir so... Wait. Ihr hattet das nicht vorher? Die iOS-User waren. Happy AF. Ich dachte, es wäre Standard aber überall. An das rum gibt es wahrscheinlich auch ein paar Dinger. Fuck yeah, American Bird. Ähm. An das rum gibt es wahrscheinlich auch ein paar Features, die iOS hat. Die Android jetzt nicht hat, aber... Demn ist mir fällt jetzt gerade keiner ein. Das Einzige, was ich wirklich an iOS wirklich sehr, sehr mag, ist halt die Kamera. iOS-Kameras sind immer sehr, sehr gut. Bzw. Epic-Kameras in dem Fall. Ähm. Grundglieder, wir haben einiges an Box-User. Ich habe mir einfach das nicht mitgenommen. Okay, also ich glaube, zum nächsten Mal... Wahrscheinlich vergesse ich es wieder. Ja, wobei, es gibt Schuriker-Boxen, ne? Vielleicht brauche ich gar keine Backpack-Mod. Weil ich glaube, von welchem Pokémon war es normal. Ich kann es mir von Outdoors oder so. Muss ich das vorstellen. Maybe. Gute Face-ID stimmt ja. Das auch. Ja, also was, was, äh, Security angeht, mit der Face-ID, da ist, äh... Ah, ja, ist auch auf jeden Fall vorne. So, die Dinger verkaufe ich gleich. Und was wir gleich machen, ist, wir werden gleiche losziehen. Und so ein Pokémon nebenbei ein bisschen leveln, damit sie sich entwickeln, weil, ich glaube, die meisten... Selbst Yorklef auch. Yorklef auch nicht mehr lange. Ich will los, ich weiß gerade gar nicht, wie sich das entwickelt. Ich kann mir vorstellen, Freundschaft. Jetzt gehen wir gleich einmal los, wir suchen uns einen Platz für eine, für eine coole Base. Äh, habe ich nicht irgendwo... Ja, habe ich. Ich nehme mal die Tränke hier raus. Okay. Aber, das habe ich auch hier noch. Ähm... Äh... Get out of here. Okay, nehme ich auch mal mit. Was willst du? Again. So, diese Emoji auf, äh, iPhone nicht wie eine Kamera aus. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Aber ich weiß nicht, ob es iOS war. Ich weiß nicht, ob es... Es gibt ja noch mehr, ne? Es ist ja... Es gibt Samsung. Es gibt, äh... iPhone. Es gibt... Google Emojis. Es gibt Twitter Emojis. Also es gibt da ganz viele. Es gibt Microsoft Emojis. Kann sein, dass da irgendwie was anderes war. Also ich er... Ich erkenne aber, was Buffy Marder... Buffy Marder meint. Buffy Marder. Sieht da ja aus wie so eine... So eine Filmkamera, so eine alte, ne? So ein bisschen wie das zweite, was Flavio gesendet hat. Mit diesen zwei Buben da oben. Ich weiß, ich weiß, was Buffy Marder meint. Oder auch das vierte, was Flavio gesendet hat. Die zwei Köpfe mit den zwei Buben da. Gladiant, lieber Wild. Parfum, Marder. Ähm... Verkaufen wir mal die Karre hier. Und jetzt will ich hier mal ordentliche Preise haben, mein... Mein Freund. Ja, 750, wie wir steuern schon mal, ja? Not gonna lie. Das sind jetzt nicht so viele Hyperbälle. Und auch nicht so, okay, so viele Superbälle. Aber... Ey, wir können uns einige... Normale holen. Okay, scheiße. Jetzt können wir uns kein Superman... Ach, kacke. Okay, dann... Dann holen wir uns einfach 13 Normale. Ich mach jetzt mal hier... Warte. Wo ist das? Silber. Hier. Platin hier. Wir haben mehr Platin als Silber. Das schockt mich. Haben wir... Bruchstein haben wir auch noch ein bisschen für... Okay. Baffel mal. Aluminium war... War, glaube ich, nicht relevant für... Und die guten Bälle. Haben wir... Haben wir ganz gute... Okay, wir haben... Einige normale Bälle. Holy shit. Vielleicht hätte ich gar nicht... Okay, warte mal. Ich gehe nochmal gleich los. Oder jetzt währenddessen... Während das Ganze hier am Kochen ist. Was willst du denn, um zu kämpfen? Ja, du willst kämpfen. Du bist Level 10. Das schaffen wir doch. Bumeluf. Bitterkuss. Fuck, man. Können nicht mehr verwirrt. Wapse. Sandwirbel. Joa. Wapse. Schicken wir mal... Higamaru raus. Eingeschlafen, Alter. Der fucking Ruh von Higamaru ist furchtbar. Ich bin mein Boy, Leute, Junge. Ähm, Wommel. Wommel, Flamdy raus. Wie gesagt, wir haben gelernt. Kann ich die dann umtauschen wie ein Arceus? Oder wie funktioniert das? Und tatsächlich Pokedoller von Seda erhalten. Es entwickelt sich immer noch keiner. Oder was ist denn das? Oder haben die das verändert? Attacken. Attacken. Womit hatte Higamaru die ganze Zeit nur... nur drei Attacken? Ja, also bei Higamaru klingt es echt so, als hätte da jemand... ...hätte da jemand selbst was gesprochen. Oh, Nathan. Nathan, gibst du Fettbeute oder... Oder wie läuft das ab mit dir? Junge, Jorkliff. Walzer ist nicht gut. Also Walzer ist so gar nicht gut, ne? Okay. Machen wir mal Gegenstoß? Oh, boy. Der nächste ist dead. Ja. Oh, scheiße. Junge, mach doch nicht. Trefft doch einfach, Junge. Ein Iga macht Walzer stärker, aber okay. Jetzt sollte es sich dann entwickeln, oder? Immer noch nicht. Oder bin ich im Hai oder so? Mehtang geht es echt gar nicht gut. Kann ich noch schlafen? Ja, okay. Dem, Bro, geht es gar nicht gut. Yo, willst du kämpfen? Der wird zählen, ja, komm. Also ich bin mir ziemlich sicher. Das Jorkl, das ich auf 16 entwickle, das sollten wir noch schaffen, oder? Ich glaube, du entwickle dich bitte, damit du deine Scheiß-Rot-Rolle sind, okay? Ähm. Ja. Wo ist es? Ich seh's nicht. Wo ist es? Ich seh's nicht. Und die Hauke entwickelt sich auch. Sind diese so klein? Wahrscheinlich stehen die hier irgendwo, ne? Da ist es. Junge, unser Iga-Starnisch ist so klein. Also normalerweise sollte man ihn mal sehen, aber ja. Nietenhanker. War das nicht Kiefer eigentlich? Aber okay. Ähm, ist besser als, äh, Rankenheb. Meier, Darabag. Guck mal, ob's besser klingt. Das ist so klein. Also, na, es gibt verschiedene... Ich glaub, das hab ich auch noch mal nicht gehört. Es gibt verschiedene Größe. Also manchmal wird man eine riesige. Manchmal sehr kleine. Ich glaub, das ist ein sehr kleines bisschen klar. Sag mal was, Rudi. Sag mal was, Rudi. Willst du nicht sagen? Okay. Äh, wir haben da... Warte mal. Zusammenfassung. Notdünger. Notdünger. Tollpatsch. Bedroher. Großbrand. Oder ab. Da oben. Verstand, ich kann... Ich kann G drücken. Das ist jetzt hinter der Map so ein bisschen. Hat das irgendwie noch eine zweite Fähigkeit oder so? Okay, ich kann es loschecken und, äh... Dann kann es so items ausspielen. Deswegen hab ich gerade Samen bekommen. Okay, cool. Kleiner hat 70 cm, ja. Über die Technik. Well, kann ich nicht irgendwie nachgucken? Warte mal. Level 16, HP. Äh, Attacken, Statuswerte, Größe. Zwerg. Okay, ja. Das ist ein Zwergeexemplar. Aber keine Sorge, Igestanische, ne? Wir wissen... Du bist dick, mollig und jetzt hast du noch einen kleinen, ne? Also, ne? Der Charakter zählt. Keine Sorge, my man. Das wird noch besser. Komm, wir gehen in den Gym. Fuck dem Haus. Ah, ja. Na, Endivir. Du Riese. Du siehst groß. Hat einen großen. Ja, komm, Kani, Marni. Auch ein klein. Kein Zwerg, aber auch klein. Aber hey, komm. We go gym. Durchschnittlich. Der Flemley hat auch einen großen. Okay. Alles gut, ich weiß es auch nicht. Na, der Charakter erzählt, wir gehen, wir gehen gym. Äh, ich packe trotzdem mal Kani Marni noch mal. So. Müsste doch hier fertig sein, ne? Ja. Pack mal noch hier Bruchsteine rein. Damit wir die Knöpfe machen können. Jetzt wird leider genau ein, ein Silber, ne? Hätten wir noch ein, ein paar mehr machen können. Äh, aber naja, egal. Ich gucke mal noch ein bisschen Stein. Bup, bup. 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 Bruder, wer rennt mich hier an? Willst du denn aufs Maul? Da. Ja, jetzt rennst du, ne? Komm. Jetzt, jetzt rennt er. Oh, die Mäthang, willst du noch mal Stress? Bleib 14, okay. Oh, jetzt macht er den Walzer. Okay. Komm, aber wir haben jetzt Iga-Starnisch. Iga-Starnisch sollte doch jetzt deutlich stärker sein als der Rest. Genauso wie Terry-Bark. Machen wir Iga-Sahm. Plus die Nietenranke. Oh, fuck. Okay. Äh, Silber. One-Shot. Sehr schön. Ja, okay. Karni-Mani entwickelt sich. Karni-Mani entwickelt sich. Sehr nice. Ich fühle aber wie unaufgeheimt hier. Ja, das Ding ist, die Pokémon droppen immer Dinge, ne? Und die werden halt immer sofort eingesammelt. Yo, der Ruf. Aber immer richtig tief, ne? Ey, Mäthang. One-Shot. Mistakes. Sehr nice. Okay, ich mach schon mal ein paar Poké-Bälle. Ähm. Ach, wir haben ja hier schon, ne? Wir haben hier ja schon ein paar. Äh, hatten wir noch Knöpfe irgendwo? Nee, aber... Hier. Noch... Sieben Steine. Junges, wollt ihr alle? Verpisst euch mal! Denkt ihr, wer ihr seid? Verpisst euch! Quacken. Ich denke, ihr wer ihr seid. Ähm, hier. Schnauze. Ja, ich brauch ja, ne? Warte mal. Silber. Und Platin. Silber war für Super-Bälle, ne? Warte mal, ich brauch Knöpfe. Ihr braucht Knöpfe. Wir können uns zehn Super-Bälle machen. Ach, und als Belohnung für die Quest habe ich Boxe... Äh, Boxe erhalten, drei. Okay, nice. Äh, I take it. Ja, echt mal. Wir denken, wer ihr seid hier, ne? Skoppel. So, Riesen. Blümel. Nächst auch, du wärst, du wärst der Boy. Na, jetzt willst du noch New York-Left dazu, ne? Soll ich dir gleich meinen Terry da raus holen, oder was? Oh, da hab ich gar keine... Aprikokos sind gar nicht gekocht. Äh, okay, ich hab 17 schwarze Aprikokos. Nimm den 1-Stack. Äh, ich nehm nochmal hier 10 mit. Den hab ich gleichmäßig. Okay, hier 17. 10. Ja, also ich glaub' auch, ne? Tyrakok. Mit seinem Tyrakok. Aua. Ähm. Ja, die Neidkuhl, jung. Wir werden uns gleich einfach Hyper-Bälle machen können. Ich geh mich mal heilen. Jetzt wollen wir, dann probt man sich nicht wieder tot. Apropos heilen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ach, stimmt, wir haben ja auch noch das Knufensa mit den, mit den pinken... Das pinke Knufensa. Schillast ist auf Level 10. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen wack, ne? Ich würd' ganz gerne einen Divi noch entwickeln. Also einen Divi würd' ich eh noch am ehesten rauswerfen, weil... Weil einen Divi einfach scheiße ist. Aber... Das müssen wir dann halt auch leveln, ne? Das Tyrak... Äh, nicht das Tyrakok, das... Äh... Schillast. Stimmt, ich bin ein bisschen so ein Penner, ne? Ich lebe hinterm Pokémon-Center. Und da so einen kleinen Unterschlupf. Junge, was willst du? Hast du mich gerade hier ausgeobtet, oder was? Wer wissen du? Was macht der hier? Was macht der denn hier? Hatte keinen Bock mehr auf Team Galactic, ne? Wie verstehe ich? Team Galactic ein bisschen Trash, so. Also auf jeden Fall in BDSP und Diamant Pearl, keine Ahnung, wie es ein Platin ist. Soll ja anscheinend deutlich besser sein. Wie auch immer. Aber ja. Ja, keine Ahnung, woher da herkommt. Auf der hat mir jetzt hier nichts geklaut, ne? Sonst suche ich seine Familie. Auf der Map ist jetzt nichts Interessantes. Also ein Blib sehe ich auf der Map. Ist ganz cool. Aber ansonsten jetzt nicht viel. Gehen wir auch gleich. Gleich schon mal los. Sollte ich noch ein bisschen mein Inventar und dann... Dann geht's ab. Ich habe ja Orangenes. Freue die Fliegen, das aufessen, trinke ich mal. Ähm... Wie kann ich machen? Junge. Bin ich weg? Ach ja, bin ich. Wie geht mir das? War die Hyperbälle so? Ja. Ja, okay. Wir können uns den neuen machen. Ganz ehrlich. Jetzt habe ich halt noch die unnötige Kaufreiche dumm bin. Oder ein bisschen weniger von den Schwarzen gekocht. Aber... Ganz ehrlich, neun Hyperbälle sind schon mal ziemlich gut. You craft an Outerball. Was habe ich bekommen dafür? Habe ich irgendeine Belohnung bekommen? Oder nicht? Weiter, aber jetzt habe ich so Quests. Find in die Festung. Fange 14 Normal-Pokémon. Craft a Healer. In den Tempel. Fange ein Pokémon von Typ Wasser. Das wird ziemlich gut. Not gonna lie. Das sollte ich vielleicht mal machen. Auch wenn wir zu eurer Cock haben. Wollen wir, weil das relativ easy sein wird. Find an Orb. Find an Master Ball. Okay. Ich mach... Ich note mir die mal. Orangensaft-Turner. Okay. Ich... Schmeiß die ganze Kacke hier mal in meine Meta. Oder nicht in meine Meta in die Kiste. Wir suchen uns jetzt eine schöne Base. Wo wir eine geile Farm machen können. Cobalium ist gespawnt in ein Buchlandhügel-Biom. Normalerweise sind die immer relativ close. Aber wo ist denn Buchlandhügel-Biom? Hier. Hilfe. Leck. Ach, fuck. Da hinten. Yo. Jetzt haben wir schon Viridium gesehen. Jetzt haben wir schon Cobalium gesehen. Welt. Das Ding ist, wir brauchen gar nicht versuchen. Weil es ist Level 70. Soweit ich weiß, dann alle leg ich auf 70. Oder die meisten. Das heißt, das würde alle unsere Pokémon eigentlich one-shotten. Und ja. Können zwar Hyperbälle werfen. Aber I don't know. Was wir aber machen könnten, ist... Voltab tippen. Voltaball? Hallo? Wo bist du hin? Wo ist denn Voltaball hin? Sag mal, sind wir verarscht? Wo ist es? Voltaball, hallo? Weißt du was, Voltaball? Du bist mir entkommen und das... Respektabel. Hier lass dich leben. Also geil wäre schon, aber... Ich würde jetzt nicht so gerne meine ganzen Welle verschwenden, die ich gerade gemacht habe. Für etwas, was ich zu 99% nicht fangen kann. Zu diesem Zeitpunkt. Äh, Kuhmummel? Ja, Kuhmummel, ich nehme mich auch mit. So, ich nehme auch mal die ganzen Wirkensachen mit. Genauso wie, ähm... Ach, die Werkbund habe ich schon. Okay. Gut. Welche Himmelsrichtung sollen wir... Oh, Mann, das ist ein Geralax. Ähm... Ach, Hilfe. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Hier. Ich würde sagen, wir gehen, ähm... Wir können ja in den Süden, war das noch ein Dorf? Ach, was hier... Hier oben ist auch ein Dorf. Oder? Ist das ein Dorf? Ich glaube, das ist ein Dorf. Arenen gibt es ja, Liga weiß ich nicht. Welche Himmelsrichtung gehen wir? Ich schwange zwischen Norden und Süden. Ich würde sagen... Ich würde sagen, Norden. Wir gucken einfach mal im Norden. Wupp, Norden ist hier. Weil da ist auch ein anderes Biom. Ich glaube, Savanne oder so. Ich glaube, da sollte es auch ein paar andere Pokémon geben. Äh, nee, die Map ist zufällig genähert. Das ist quasi Minecraft-Zufalls-Generationen plus Mods. Mit anderen Biom nochmal extra. Aber soweit ich weiß, gibt es auch extra Maps, die man sich downloaden kann. Ich denke, quasi auch irgendwie eine Pokémon-Region oder so. Replicaten. Aber I don't know, wie die das denn mit dem Mod machen quasi. Wahrscheinlich gibt es da ein paar Möglichkeiten oder so. I don't know. Gladiantrie. Okay. Ähm, Flämli. Eisenbarn. Okay. Boss-Skoppel. Welches Level ist der Bruder? Selten. 38. Ähm. Ja. Fuck. Kann ich noch? Okay. Ich kann noch schlafen. 38 als Skopel. Mein Gott. Also ich glaube, die grünen Bosse, die könnten wir mittlerweile treffen mit ein paar Opfern. Aber selten ist, äh, selten ist noch ein bisschen, ein bisschen wack. Es gibt auch, hallo Voitoball. Ähm, es gibt auch Ultra-Warmholz. Das heißt, wir könnten auch Dimensionen weg... Amerika! Wir können auch Dimensionen wechseln. Aber ich habe bisher noch keins gesehen. Was mich ein bisschen wundert. Ich glaube, die sind jetzt nicht so mega selten. Außer, die haben das gepatcht. Was sein kann. Weil ich glaube, einige Dinge sind mittlerweile seltener geworden. Hey, Ratwatz. Rotomorph gibt's hier. Schon ziemlich cool. Star-Warsch und sehr krass. Ich weiß nicht, wie, ähm... Keine Ahnung, wie jetzt... Ich habe jetzt mal die Meta in dem, der immer ist oder so, aber... Ich denke mal, ähnlich wie in Gen 8, würde ich sagen. Oder die jeweils letzte Gen in dem Pokémon vorkam. Weil Gen 9 ist ja noch nicht wirklich dabei, außer ein paar Ausnahmen. Oh, hi. Und ein Echtdisk. Für Armagedo, okay. Okay, wie bekommt man Type 0? Das würde mich interessieren. Nur ein Dodo. Kann Dodo fliegen hier? Ja, für die, für die eine gehe ich jetzt nicht. Elyseba gibt's da. Den, den Scheiß-Elefanten. Äh, warte mal, ich muss ja kurz antworten. Yhorn. Äh, Ydorn. Ydorn these nights. Es gibt den, den Hund. Yhorn kann ich aber bekämpfen, wenn er jetzt nicht so mega hochgelevelt ist. 20 sollte machbar sein. Reflektora, okay. Yo, Boyenheim. Und Endivie entwickelt sich. Nice. Ich will, sobald eine bessere Nintendo-Konsole als Switch auf dem Markt ist, ein Pokémon-Spiel, wo alle Regionen verfügbar sind, meinetwegen auch erstmal Vollpreistitel in der Region und dann nach und nach. Ja, ich sag mal so, also ich glaub tatsächlich, dass, das, das, außer die nächste Switch-Konsole wird ein richtiges Powerhouse sein. Schwer, außer die Regionen sind wirklich sehr komprimiert. Es wäre wahrscheinlich machbar in einem Pixel-Art-Game, aber, aber, fine, äh, I mean, Game Freak scheitert an einer Region. In einer Region, die schon relativ groß ist, ja, aber, ist auch nicht riesig, riesig. Ich glaub, die Lags kommen nicht mal unbedingt so megakrass von Shailan, sondern ich glaub, weil ich halt relativ viel lade, wenn ich die Welt erkunde, ne? Wenn ich neue Chancen so lade. So, Loreblast, was kannst du? Bist du gut? Okay, war ein Quid, aber, ja. Schwarzgenüßstein. Äh, den Beulenhelm, den geb ich mal als Hyrako, glaub ich, ne? Ja, aber Nintendo macht keine Röben-Konsole mehr. Ich bin mir sicher, Nintendo wird nie wieder eine Röben-Konsole machen. Das ist, wenn wir eigentlich Switch sieht. Die Switch ist erfolgreich eben deshalb, dass sie ein Hybrid ist. Also, Nintendos, ähm... Nintendos... Handhelden waren eigentlich immer erfolgreicher als die Heim-Konsolen. Ich glaub, die einzige Heim-Konsole, die wirklich... ...wirklich sehr erfolgreich war, war die Wii. Aber auch eigentlich nur deswegen, weil sie so sehr für Casuals ausgelegt war. Es wird aber nur... Es wird so 100% das Switch 2 kommen. 100% Also... Vor... Vor... Oder... Würde ich's immer sagen, wer... Wer die... Leitung... ...oder Politik von Nintendo immer noch wie bei 3DS... Yo. Ist das ein Shiny? Also, es ist... Es ist gelinst... Es glitzert, aber... Es ist auch ein Boss... Kann ich ein Boss fangen? Oh, fuck. Ich kann keine Pokéball einsetzen. Das heißt, ich kann den okayen? Fuck. Also, wer die... Äh... Wer die nächste... Meine Güte, jetzt... Mit den Laden ist aber ein bisschen nervig, ne? Wer die Politik immer noch so wie auf Wii U Z... Wann mal, ich mach mir mal die... Die Wendertestens mach ich wieder mal ein bisschen geringer. Pass ich mal auf 8. Dann... Dann... Wann wär's immer noch so? Ich glaube, wenn die Politik immer noch so wäre, wie bei Wii U und 3DS-Zeiten, dann... Dann ja, dann wär die nächste Konsole wieder was ganz anderes, aber... Das Ding ist ganz anders. Ist auch nicht unbedingt in die Richtung von der PS5 oder Xbox Series, ne? Sie würden wahrscheinlich wieder irgendwie ein ganz neues Gimmick nehmen und, äh, ja. Das wär dann auch wieder underpowered. Darum bin ich eigentlich ganz froh sogar, dass die nächste Konsole ne, ähm... Switch 2 wird zu 99%. Einfach, weil sie in dem Fall dann was... Exist... Oder was sie nehmen, was schon existiert und in dem Fall wirklich improveen. Und nicht auf gut Glück etwas, äh, neu machen und dann hoffen, ja, okay... Wird es erfolgreich oder nicht und... In der, in dem Fall von der Technik auch wieder ein ganz neues System ist. Ein ganz neuer Versuch. Oh, es gibt Schlick da! Und da ist das Dorf. Schlick da würde ich gerne fangen. Dann haben wir auch das Wasser-Pokémon. Aber eine stationäre... Ja, aber das würde Nintendo nicht machen. Das würde sie nicht machen. Aber die letzte Nintendo-Konsole wirklich ohne Gimmick war, ich glaub, die Gamecube. Du hast ein bestimmtes Pokémon gefangen. Okay. Hab ich noch was bekommen dafür? Okay. Defeat-Fui-Feuerteil-Pokémon. So, die letzte Konsole ohne Gimmick war, Gamecube. Amerika! Ähm... Und danach war es eigentlich immer so gut Glück. Ich würde sagen, es hat sich zum... Mehrheitlich hat sich das Gimmick-Prinzip eigentlich... bewährt. Außer bei der Wii U. I mean, alle anderen waren ein Erfolg. Wii U war ein super Erfolg. Der DS war ein Mega-Erfolg. 3DS war, ja... Na, ein guter Erfolg. Wii U war ein Mega-Flop. Und Switch ist wieder ein Mega-Erfolg. Nicht ganz wie die DS, aber... Ne, man-man-man-man weiß nicht, ne? Vielleicht... Metronome ist geil. Ich... Ich weiß nicht. Vielleicht überholt... ...die Switch noch... ...den DS. Wii hat sie schon überholt, was mich sehr krass geschockt hat. Finde ich ehrlich. Hätte ich nicht erwartet. Aber... Ne? It is what it is. Gibt es hier ein Pokémon-Center? Ja, Bewegungssteuerung... Ich sag mal so. Es gibt Spiele, da mag ich's. Es gibt Spiele, da mag ich's. Ich finde, bei Super Mario Galaxy 1 und 2 super... Mega funktioniert voll auf der Wii. Auf der Switch-Version, ne? Ist so ne Sache. Mario Kart Wii zum Beispiel bin ich nicht so ein Freund, wobei ich da auch... ...die andere Steuerungsmethoden nie ausprobiert habe, wobei ich... Keine Ahnung, es hat nie funktioniert bei mir, ne? Was ist denn mit dem Wasser los? Fuck. 250 Pokémon habe ich besiegen, ja? Alles klar. Das Ding ist, bei der Switch 2 wird's halt auch wieder so ein bisschen so eine Wii U-Situation sein, ne? Also da müssen sie halt echt wirklich mit dem Marketing aufpassen. Das Ding ist nicht einfach wie, keine Ahnung. Also allein der Name Wii U war dumm. Wii U war... Es klingt wie PS4 Pro. So in dem Sinne. Ich habe, ich habe kein... Hold up, TCG. Das geht TCG. Aber können wir uns nicht holen, leider. Ah, fuck. Ja, also ich hoffe ja auch, dass sie stärker wird, aber sie wird auf jeden Fall nicht stationär. Das kann ich, denke ich, so gut wie garantieren. Weil das Ding ist, Nintendo hat eigentlich keine Konkurrenz bei Handhelds oder Hybriden. In dem Playstation hat es versucht, aber hat jetzt nicht so gut geklappt. Bei der PSP hat es gut geklappt, würde ich sagen. Ich mag die PSP auch, aber im Vergleich zum DS hätte es schon hart gefloppt, ne? Auch wenn die Verkaufs dann immer noch gut waren. Aber die Wied erweiten, der komplette Flop so, ne? Ja, ich hoffe auch, dass die Leistung mehr am Fokus ist. Weil ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, was sie sonst bei einer Switch 2 machen sollten, ne? Also ich hoffe, dass sie die... Ach, apropos. Roter Wormo. Da haben wir eins. Lull. Wir können uns hochbauen, ne? Aber weil es über Wasser ist, ist ein bisschen cringe, glaube ich. Wenn wir einen Flugpokémon hätten, können wir reinfliegen. Sie müssen auf jeden Fall aufpassen mit dem Controller. Dass da keine Drifts kommt, wenn sie die Jalcons weiternehmen. Und sonst eigentlich nur Leistung, ne? Und ich hoffe, sie übernehmen einfach den Online-Mode, ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, einen komplett neuen Online-Mode übernehmen. Also Online-Service, meine ich jetzt eher. Und sagen, ja, okay, auf der Switch-Seite immer noch so, keine Ahnung. Und jetzt habt ihr hier auf der neuen Konsole einen ganz neuen Service, wo ihr jetzt auch bezahlen müsst. Aber ihr kriegt wie dann am Anfang nur NES Games und SNES auch noch. Und in ein paar Jahren kriegt ihr dann so die anderen Dinge. Ich glaube, da ist ein Wait. Soll ich mal gucken? Blöde, also ich bin nicht wirklich gerade so schnell. Was ist denn das für ein Wait hier? Was ist denn das für ein Pokémon? Das ist ein One-Star-Way. Das sollten wir schaffen. Solo starten. Ja genau, also Steam ist so noch das Eheste, das Ding ist... Ich glaube, das Ding ist auch relativ teuer, ne? Aber also Steam-Decke ist schon ziemlich geil. Das würde ich auch sagen, ist so das, das Einzige, was so wirklich, äh... Das Switch so ein bisschen den Mittelfinger zeigt. Aber die Mitspieler sind ja so scheiße. Oh, wir haben einen Wasserstein bekommen. Und es war ein Remorite. Ja, mal sehen. Ich habe gerade gar nicht geguckt, was das war während dem Kampf. Da ist ein Karma-Up. Alter, mein Krabi. Ich wollte gegen Karma-Up kämpfen. Warte mal, ich muss wieder kurz rausgehen. Ich glaube, die Musik spielt gerade ein bisschen doppelt. Also lieber preislich mit den Konkern von Xbox und Playstation mitgehen und die Leistung einbauen. So, guck mal, wir sind 300 Euro Billige dabei. Aber bekommt dafür nur wieder drückig auf die Metal Games. Ja, also ich gehe schon da mit die Metal auf jeden Fall. Das Ding ist, Nintendos größter Vorteil ist halt auch ein bisschen... Hallo? Auch ein bisschen der größter Fluch, würde ich sagen. Jetzt läge ich die Scheiße wieder, ne? Ich lade mal alles neu hier, warte? Läuft's jetzt wieder? Hier, mach mal kurz was. Warte mal. Ich muss hier... So, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Ich glaube, sie verkauft sich auch so gut, weil sie eine billige Alternative ist zu den anderen Konsolen. Das ist halt die Sache. Ich glaube, genau deswegen verkauft sie sich auch so gut. Aber weil es ein Handheld ist und... Oder Hybrid in dem Fall. Und einfach, weil... Es billig ist im Vergleich. Auch wenn sie für heutige Sicht overpriced ist. In my opinion. Ja, mein Layout ist eh veraltet. Das muss ich eh ändern. Oder beziehungsweise will ja gar keins eigentlich haben. Oder nicht für... Für Main... Streams. Für Pokémon brauche ich immer noch welche. Für die alten Teile, aber ja. Okay. So. Restart hat den Shent geholfen. Ähm. Komm mal auf. Warte mal. 2F-Pyre-Type. Knackleion ist halt schon, Lüfte, ne? Okay, Clint. Ich werde genau bald mal ein bisschen gucken, dass ich mein Team... ...bisschen erweitern kann. Dann ist noch ein Come-Up. Dann haben wir die Quest auch schon durch. 24, schaffen wir das? Ja. Wir haben AP Plus bekommen. Ja, ich habe gar nicht Angst, dass es das geht, ne? Ich gehe mal zu Flemly. Okay. Come on. Come on, Big Boy. Uh, Fungs, Fungs, Fungs. Wir finden so viele Starter, ne? Hauptblower haben wir ja auch gefunden, aber konnten wir nicht, äh, fangen, leider. We had no warts. Und noch ein Otter-Warmhole. Ja, am ehesten möchte ich, äh, Loreblood austauschen. Das Ding ist, die sind mir alle ein bisschen niedrig gelevelt, ne? Das hat die Sache. Yo, der fuck ist das? Scheiß auf das Otter-Warmhole. Der hell ist das? Das sind ein paar Leute. So ein Knackleon würde ich sehr gerne ins Team nehmen. Not gonna lie. Yo. Was ist da in Western City, too? Schon geil aus. Ist ja die so? Du, jetzt kämmen wir, aber du bist mir hochgelevelt. Mein Geschmack ein bisschen hoch. Kann es sein, dass das eine Arena ist? Rote Muffe wäre auch geil. Senja. Was sind denn diese Jars? Also, wie bekomme ich die? Hä? Yo, da ist ein pinkes... ...Friehorn. Das Flinchen. Das Flinchen. Reicht ein normaler? Das Winder ist schon geil, ja. Und Rihorn gefangen. Aber weird, dass alle Pokémon gefühlt pink sind, ne? Von diesen anderen Formen. Und nicht irgendwie eine andere Farbe oder so. Immer pink gefühlt. Oh, das ist ein Boss-Pokémon dann, klar. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Es gibt hier so ein... ...kleines Windrauschen. Das macht das irgendwie noch besonderer. Noch lebendiger. Leute, das hier ist die... ...Eis-Station. Ja, danke. Danke dafür. Dann wird's blau. Maybe. Ich hab' ich hab' schon mal gemacht. Ähm... ...ja... ...das Ding, ich würde ganz gerne... ...eine Scheiß-Teile fangen. Wer ist das? Du hast ne Quest. Klonkett ist auch cool, du. 15... ...äh, 50 Redstone-Erzte abbauen, okay. Ich werde die ganzen NPCs nie wieder finden, ne. Ich hätte mal denken, boah, ey. Was war das jetzt für ein NPC? Wörtgen oder hier ist es ziemlich cool. Aber blöder ist, hier können wir nicht wirklich anbauen. Das heißt, für eine Base ist das jetzt nicht so... ...nicht so geil. Oh, Thermopod, oh, nice. Fankenschwester Jean? Digga, ich muss gerade hart auf Klo, ne. Ich muss gerade hart auf Klo. Mach' ich auch. So, ich mach' ne kurze Pause und dann sehen wir uns gleich. Bis dann. Warte. So. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Ums Telesis. Fünf Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 it is what it is yo was ah Flavio ist noch da hier ist irgendwo hier auf der Map ist ein mega Zubiris oh Kaumalad es gibt Kaumalad hier du bist auf einem angenehmen Level erfolgreich gewesen ja wie gesagt ich bin nicht schon immer wieder da ich glaube ich brauchte gerne mal kurz eine Pause hab noch kurz mit einer Freundin geschrieben la 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 Kaumalad wäre schon geil ich mach mal einen Superball Virtual Assistant von Flavio wow Kaumalad jetzt mach mal keine Faxen einen Hyperball will ich jetzt auch nicht werfen für den diggert diggert Ich werfe einen Überball. Ich werfe einen Überball. Ich habe keinen Bock, da wirklich jetzt alles für einen Kaumala zu verschwenden. Digga. Ich mache einen Gift, Bruder, okay? Kaum hat er das ausgeglichen, Bruder. Es geht ihm, als ob das geht. Als ob das geht. War hier nicht noch irgendwo einer? Auf der Map sehe ich einen. Auf der Map sehe ich einen, okay. Actually, Levit 20, okay, das sollte doch machbar sein. Bruder! Wow! Ah, oh, okay. Oh, oh, okay. Oh, oh, okay. Oh. Oh, wow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt ob ich das gekleidet hat. Scheiße! Ähm. Komm, die. Deswegen spiele ich auch keine Welle-Rund. Egal, als ob der jetzt die ganze Zeit ausbricht. Was ist das denn? Ist das ein fucking Ernst, Junge? Hier, nimm noch einen Superball. Da ist ein pinkes Dictor. Schon wieder pink. Und gefahren. Yo, Dictor. Level 24. So. Okay, ich das? Nee. Okay. Pokéball. Kaum Salat. Okay, nice. Gefangen. Ähm. Garnovir wäre auch nice. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück zur kleinen Stadt da hinten. Oder soll ich? Ach, es ist auch hier. Ja, komm. Ich gehe nochmal da hin und hole... Jetzt ist kaum mal Lat ab. Ich schmeiße da ein Loreblatt raus. Hier, komm, Loreblatt. Nein, na, 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 na. Ist schon sehr geil, die Mods. Also Vanilla Minecraft Outbrook, da gibt es ja, I don't know, tausende Mods gefühlt. Mindestens tausend. Du hast eine Quest, kannst du mir oder hat jemanden so umsuchen? Ja. Wenn ich eine wieder finde, mache ich das wieder mal. Wo ist denn das scheiß Pokémon Center? Ich weiß nicht, ob das gerade die Wender Distance ist oder so, aber... Jesus Christ. Die Feuer für mich besiegen, du Kacke, 30. Ich mache mal die Wender Distance wieder ein bisschen nach oben. Ich mache mal die so auf 12. Ich kaufe es auch gerade irgendwie die Tageszeit oder so, aber naja. Ja. Das ist ja, also normalerweise würde ich es auch packen, aber es hält jetzt so ein bisschen mit Stream dazu, ne? Normalerweise so Singleplayer ohne Stream offline packt das bei mir auch. Es ist halt jetzt nur so ein bisschen Stream. Wobei es ja auch zum Großteil gestern funktioniert hat. Wobei es halt schon ein bisschen gelackt hat, so. Wobei Minecraft auch, also wie gesagt, ja, Minecraft ja, aber es ist ja auch nicht die gebalancede Version technisch. Ich glaube, das hat tatsächlich eigentlich immer wieder Probleme. Wobei es da ein paar Tricks gibt, wie man das unterbindet, aber naja. Mit Shader und so ist ja nochmal was anderes. Ja, hier oben ist ja nicht wirklich viel los, ne? Oh, wieder so ein Boss, ne? Aber ich glaube, der ist, der ist wieder zu hochgelavigert. Weißt du was? Das probiere ich jetzt gar nicht. Oh, ich bin doch so dumm. Ich bin so dumm. Jetzt war ich im fucking... Oh, weißt du was? Leck mich. Heißt doch. Ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ich war jetzt extra im Pokémon Center und habe mich nur geheilt. Ich wollte doch kaum mal ab mitnehmen. Morgan? Ach, egal. Ich... Ich werde schon wieder ein Dorf finden. Wenn nicht, warte mal. EC. Was brauche ich dafür? Aluminium. Wetstone-Lampe. Das sollte man da sogar machen können. Ich muss ja mein Stuff wiederholen von der Base. Ich weiß, das wird eh eine lange Reise. Oder mehrere lange Reisen sogar. Aber naja. Farb-Igel sehe ich. Ivi-Tag. Diese Gen-8-Schildkröte. Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht wegknippel, ne? Wenn wir einen Fallschaden. Okay. Stimmt, fliegen. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann müsste ich mir mal einen Flug-Pokémon suchen, ne? Ivi-Tag wäre natürlich jetzt direkt hier so. Dann wäre das alles sehr easy. Was ist denn da hinten? So ein Wendungblock. Schon ein geiles Biom, ne? Mit den ganzen Lehmblöcken. Mit den gefärbten Lehm. Atom ist das, glaube ich, eher. Würde aber trotzdem lieber ganz gerne Biom haben, wo ich ganz gut ein paar Bäumchen und Essen anbauen kann. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so gut in so einer Amerika-Wüste. Ja, jetzt lädt es wieder ein bisschen so viel. Ja, Ivi-Tag ist schon ein bisschen wack. Sturbeln, okay, weg. Also, ich mag Ivi-Tag mehr als Taub-Sie sogar, aber Ivi-Tag ist halt so, ne? Okay. Okay. No, 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 no. Okay, Krapador war das. Also, auf dem Berg da oben war es schon ein bisschen hässlich, aber ansonsten finde ich es schon ganz hübsch, so als Wüste gesehen. Vor allem im Vergleich mit der Standardwüste. Das ist ganz interessant hier. Dass das Wasser hier so runter geht. Ich weiß mal, ob das ein Bug ist, irgendwie, von der Generation, äh, Generierung. Das da hinten sieht ein bisschen aus. Ein bisschen tot, aber not gonna lie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie ein Haus anbäuer, also not gonna lie. Also, wenn ich schon Slimer spawn. Also, was sagst du? Also, ich glaube, hier ist Ackerbau gut, oder? Ich glaube, hier wächst viel. Ach, du Scheiße, was ist hier passiert? Ich glaube, hier wächst sehr viel. Ach, du Kacke. Da geht die Wüste auch wieder weiter. Ich geh mal, ich geh mal hier lang. Ich geh jetzt mal Richtung Osten, so ein bisschen. Weil da hab ich mir Wald gesehen. Zubiris ist hier irgendwo, oder ist das eine Höhle? Wahrscheinlich in der Höhle. Weil das Megazubiris hab ich auch nicht gefunden. Ich glaub, das sind auch Höhlen-Pokémon. Ach, hier, Fatalité. Ja, okay, das ist doch schon mal ganz interessant, aber Unratütox da hinten auch. Also, auf der Karte, ne? Jetzt sind wir so mehr oder weniger wieder in so einem Standard-Biom. Achso, Ibita gemacht hast du, okay. Oh, da ist ein Dorf. Okay, dann können wir da gleich kaum mal das holen. Wie Peters? Taubst du auf dem Baum? Ein Team-Flare-Typi. Aber ohne Crest. Okay, wie viele Poker-Doll habe ich? Ich hab nur 300, okay. So, als erstes. Sonst vergesse ich das wieder. Äh, komm mal, Lott. Komm mal her. Will ich irgendwas anderes mitnehmen noch? Ähm... Nö, sonst gibt's jetzt eigentlich nichts. Nö. Ich hab mir eine Fünkst statt Flemly. Dann hätte ich halt noch einen Psychotypen später, aber ich glaub, eh bis dahin... Ich denke jetzt nicht, dass ich die alle bis zum Level jetzt, keine Ahnung, 36 oder so habe. Oh, ich hätte gar nicht halten müssen. Egal. Noch eine Endivir. Das ist doch gefundenes Fressen für Flemly. Let's go. Level 30 sind wir. Blub, blub, blub. Wartier, okay. Äh... Ja, ich will jetzt nicht wirklich in einer Savanne leben, so, ne? So ein ganz schönes Waldbiom. Wär cool. Vielleicht auch ein bisschen so eine Berglandschaft, dass wir halt ganz gut fliegen können. Aber wenn nicht, dann würde ich halt auch so ein Biom nehmen, ne? so hässlich ist es jetzt auch nicht. Vor allem wenn da Eindor auf ist und so, ist ja auf der Karte noch ein Endivir. Jetzt nicht mehr. Und bei den Super vonPLI! Komm's up! Wartier, wartier! Wartier? Wartier. Wartier Wird ja die Wüste weiter, oder was? Auf die habe ich jetzt nicht wirklich Bock. Das ist was anderes. Sehr viele Blumen. Das Ding ist, Mehtang ist halt gleich nicht kostenlose Milch. Sehr viele Blumen. Fuck war das. Nun, okay. Also neben so einem Rosenfeld, oder was auch immer das ist, ne? Das ist auch nicht bad. Das ist wieder so ein Neverport, oder? Ja. Alles gar nicht hübsch, aber jetzt zum Bauen nicht wirklich. Ich gehe mal so wieder ein bisschen südlich, dann sind wir auch nicht so weit entfernt von unserer anderen Kacke. Ich gehe mal so weit entfernt von unserer Kacke. Okay. Ich gehe mal so weit entfernt von der Kacke. Ich gehe mal so weit entfernt von der Kacke. Weil das hier schon ein bisschen hübsch ist. Muss ich zugeben. Das ist hier schon ein bisschen hübsch, aber... Das Ding ist, ich will das hier auch irgendwie nicht kaputt machen. Mit meinen Feldern und so. Ein Kleinstein. Ein Boss-Kleinstein des Dinges. Das ist blau, das heißt, es wird ein bisschen stark sein, aber... Aber... Ich habe eine Idee. Das ist ja 40, okay. Das ist dann schon ein bisschen sehr stark. Oh, okay. Wow, they're back It's up there, it's mid Good boy Nächste Runde Wow Das lässt sich nicht auf mich setzen Ob der Mich jetzt one-shottet Genau da, wo Fuck you Fuck you Oh, Flampio Ja, aber unsere Mainfader sind alle Sind alle dead Das Haus weiß ich noch nicht, wie ich das mache Da ist ein Pokestop Wenn ich noch nicht wirklich weiß, was die bringen Nicht damit Oh, lol Dann kann ich ja bei den anderen auch noch Das Ding ist, im Pokémon GO ist es so, die werden nach einer Zeit wieder normal Ist das hier auch so, oder ist er jetzt einfach Gorn? Weil, wenn er Gorn ist, warum ist er nicht dies Gorn? Flampio ist schon geil, ja Ist es die Ne, das ist ein anderes Dorf Nicht das hier Oh, leu, was ist das denn hier? Ist es ein Sumpf? Das Ding ist, wir bauen ja wahrscheinlich ein Haus, was wir jetzt nicht für immer haben dann Geil, das ist ein Sumpf, oder? Spawnt denn hier so Oh, Monazito Na, Araquara, wie das Scheißteil hieß Anton Kleinstein, okay Weird Ja, Rettern gibt es ja gefühlt überall, ne Slimer, Skoppel Gewire, Felino Das denke ich, ich würde trotzdem nochmal ganz gerne zurück zum Zum Pokestop Deine Mama und ihm einen Pokestop Wo? In meinem Radius Ich wohne neben zwei Pokestops Und einer Arena Also mir geht sie gut, ne Ich weiß nicht, wie es bei meiner neuen Wohnung ist, aber Ne, ich I'm living hier Ich muss mein Haus nicht verlassen Ich fick Kostnose Items Alle fünf Minuten Und zwar Ein dreifacher Ein dreifacher Wo ist das Scheiß Pokécenter? Gibt es ja keins? Das war tragisch Ich denke, es ist halt Berlin, aber trotzdem Da wo ich wohne ist halt außerhalb Oder Rand Berlin Nämlich basically schon Brandenburg Und hier gibt es jetzt nicht Also klar schon alle paar Nicht alle paar Meter, aber Alle paar Oder jeden 100 Meter würde ich so sagen 50 bis 100 Meter gibt es so ein Aber dass ich jetzt halt so drei auf einen Fleck habe Ist schon lucky Auch für meine Fitness Äh, ich glaub da war kein Pokestop Das ist ein bisschen tragisch Und wenn ich so eine Wohnung habe, ich habe echt keine Ahnung, wie es bei meiner neuen denn ist Das Ding ist, ich wohne halt Das Ding ist Ich bin ja zwar jetzt Die Gastronische wurde wieder überlegt Ähm Ich habe zwar jetzt Bin ich zwar in Berlin, aber das Ding ist Hier bin ich außerhalb Berlin Also Rand Berlin Und in Bochum bin ich Mitte Bochum Darum, I don't know Vielleicht Habe ich da mehr Vielleicht habe ich da weniger I don't know Genau gleich viel Wobei ich glaub, ich glaub diesmal Diesmal muss ich schon laufen Diesmal muss ich wirklich laufen Ja, für die drei Pokestops schon wert, ne Also ne, ich glaub in Berlin Mitte hat man Hat man mehr Pokestop, als man Als man gucken kann Also manchmal sehe ich so Bilder auf Twitter und so Jetzt hab ich mir gedacht Berlin, aber Keine Ahnung, so Sachen wie Tokio und so Oder New York und ne Also ich glaub, da hat man Da hat man immer ein volles Inventar Das habe ich auch so, aber ja Ich glaub, ich hab unser Biome gefunden Ich glaub, ich hab unser Zuhause gefunden Und ich verhunger Habe ich keine Karotten Oh, scheiße Ich hab keine Karotten mehr Oh, shit Ja, Bochum war auch immer eher so umsinn Spontan Spontan Ich glaube, ich hab unser Biome gefunden Was gibt's denn hier so für Pokémon? Es gibt Flabebe, es gibt Bubungos, wie das Scheißteil hieß Hi Flabebe Es gibt dieser, keine Ahnung, Blumending Ein paar Käfer Ja, okay Drei, vier Stunden ist schon ein bisschen Ich brauch ja auch nur Vier, fünf Von Berlin bis Bochum So Ich glaub, vier mit dem Zug Fünf mit dem Auto Irgendwie so Ich würde sagen, wir machen hier unser Lager, oder? Unsere Base Ich guck nur, wo so das beste Hörtchen ist hier vielleicht am Wasser, ne? Hier ist noch ne geile Bude am Wasser Kokuna Kokuna? Ich mach gleich dann zu Hause Platz Ich würde sagen, hier Wir machen hier unser Lager Ja, okay, dann warst du wahrscheinlich Ist quasi Bochum so die Mitte von uns beiden Boah Bafi sehe ich noch Lammeluchs Ja, okay, Bremer Ist ja eigentlich eher am Norden, ne? Ist das echt Doppelt so weit weg dann? Ja, okay, ne? Aber es dauert halt immer In Deutschland Außer man ist wirklich Reich Ich hoffe, das Holz ist schön Das ist jetzt nicht das Vanilla Kirschholz Ja Ein bisschen sehr rot, aber ja Ein bisschen pink wäre schön gewesen Aber ja Dies oder dies Mach hier mal so, keine Ahnung Eins Zwei Drei Bup 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 So Mach hier mal so ein bisschen Kleiner Außenmann schon mal Okay, krass, dann ist Bochum, Bremen näher als ich dachte Habe ich hier irgendwie ein Dorf in der Nähe oder so? Cupidos Ist in der Nähe gespawnt, Alter Ich glaube auch Digga, der will doch keiner Jetzt leckt es wieder hart Ich sehe es aber nicht auf dem Map Ne, ist gut Komplex Zwei, drei Vier Fünf Mach ich mal so Wir werden uns vielleicht noch ein zweites Geschoss oder irgendwie Keine Ahnung Oder Ähm, ist das vielleicht das hässlichste Pokémon, das es gibt Das von Legends Arceus da ist Das, äh, vierte Stück von Borios, Demeteros und Voltelos Das pinke Teil auf einer Auf einer Auf einer Wolke Ich musste gerade auch nachdenken, aber Ja Davon gibt es ja noch ein viertes Ja, und es ist sehr hässlich Das ist das maybe hässlichste Pokémon Nein Die, die anderen waren schon nicht hübsch, ne? Eben, ja Im Vergleich Im Vergleich Im Vergleich sind die anderen drei hübsch Vorhin war da ja diese, diese Tiergeistformen ganz hübsch sind, ne? War ganz cool, ja Aber da Selbst da, bei Kupidos Selbst die Form ist hässlich Ich würde sagen, sogar noch hässlicher Ja, also Ich wollte vermeiden, dass es aussieht wie ein Pänen ist, indem ich hier nicht noch eins mache, ne? Aber ja, es wird so ein bisschen Aber es bietet sich halt an Ja, hier mache ich ja jetzt keins Aber ich mache ja trotzdem mal dann so einen Baumschirm hin Geil So Ja, die ganze Gras hecken gerade So, gibt es noch irgendwie pinkes Holz oder so? Wenn ich hier Holz eingebe? Das ist ja nicht Holz, ne? Holz. Gibt es so pinkes Mahagoni-Holz? Aber wir müssen halt auch nur jetzt mal das finden, so. Kaputten Penis. Ja. Die ist oder die ist, ne? Sieht das nicht richtig? Ja, okay, von hier so ein bisschen. Hier so ein kleines Ei, hier so ein fettes Ei. Aber ja. Oh, Leute, Penis hier. Ähm. Ich nehme erst mal das Holz auch als Boden. I guess. Wir können es ja nachher noch ändern. Eins, zwei, drei, vier. Bisschen eckig, ja. Ich werde sie noch erweitern. Irgendwas fällt mir da noch rein, bestimmt. Ja, wird schon. Tür kommt denn hierher? Und, äh, maybe noch eine hier oder so. Flag. Ja, das Ding, manchmal ist es da, manchmal nicht. Ich mach mal. Hut, Hut. Hut am Arsch. Deck. Wahrscheinlich, weil es hier gerade sehr viel, ne, auf dem Boden liegt oder so. Warum sind irgendwie so viele Hut-Huts? Warum baden sie alle? Was ist los mit euch? Ha! Wie klein das ist! Ich mach erst mal eins hier. So, wir machen uns dann auch ein richtiges Lagersystem. Wahrscheinlich im Keller. Wie Peep-Bonger? Was ist das hier? Aha. Wo ist deine Frühlingsform hier und deine, deine Sommerform da? Oder anders? Ne, ich hatte. Sollte es so sein. Ja, so ein eigenes Pokémon-Center müssen wir uns echt machen, ne? PC war Whetstone, äh, Lampe haben wir sogar im Inventar, woher auch immer. Äh, Pokémon wahrscheinlich gedrobt. Aluminiumbarren haben wir in unseren anderen Lager und Whetstone-Staub auch. Das heißt, wir können uns einer machen. Äh, für eine PC-Box. Hila war, glaube ich, ein bisschen teurer, ne? Hila brauchen wir ein Dia. Rest haben wir aber, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal in die Höhle irgendwie ein Dia finden oder so. Ja, ich glaube auch einer, ne? Also, wenn wir das hier jede Nacht haben, weiß ich auch nicht. Ich könnte euch alle töten, ne? Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht hier alles so ein bisschen eins nach oben machen. Und dann quasi hier so der Boden ist. Nicht hier, die oben, sondern quasi hier auf der Ebene am Boden ist. Dass wir dann so eine kleine Treppe haben. Das würde auch gehen. Soll ich das machen? Wollt ihr wahrscheinlich hier dann auf einem anderen Block nehmen und dann erst ab der zweiten Ebene irgendwie... Die Hut-Tut-Verbrennung. Ähm... Ich mache aber nochmal ganz schnell Hennig, damit unser Spawn hier ist. Den lasse ich sogar jetzt mal hier. Dann haben wir hier immer ein Spawn. Also, diese Legs nerven manchmal, ne? Oh, das sind die mir nicht. Ähm... Ja, das Ding ist, ich würde jetzt ungerne... Wie ist denn das hier so? Also, ja, wir sind jetzt auch ein bisschen schon wieder in den Süden gegangen. Aber unser Home ist halt hier, ne? Ja, unser anderes Home. Es ist... Wie viel ist das entfernt? Hallo? Nur hier. Da. 1600 Meter. Ja, das... Geht für einmal hin und zurück, ne? Aber... In mehrmals Zeit auch ein bisschen künftig, so. Ja, eben. Also, ich kenne die auch dazu jetzt, mit dem Erhöhten. Legs pissen mich gerade ein bisschen an. Ich glaube, ich muss wieder neu starten, ne? Mach ich mal. Warte mal. Ich starte wieder komplett neu. Mach ich mal kurz auf Pause. Minecraft im Stream ist echt so ein Flur. Ich werte, bei der Bedrock-Version würde das jetzt komplett... laufen. Geht's? Ja. Geht's? Also, Bedrock-Version würde, glaube ich, super laufen. Ist halt... Ne. Ist halt Java. Aber Java braucht man halt für... Mords und alles. Ja, ich denke, außerdem mit Veranda... Wäre auch schon cool. Würde ich... Würde ich auch glauben. Böp, böp, böp. So, ich lad mal in den Spielstand. So, ich werde... klar wird mir was gesendet ja so ähnlich kann ich mir vorstellen so ähnlich könnte ich mir das vorstellen wahrscheinlich auch stück für stück ich glaube keller und obergeschoss machen wir dann erst im nachhinein und nicht sofort am anfang der mann ohne schaufel gibt es denn irgendwelche coole blue pokémon hier in der nähe die wir fangen könnten und relativ schnell entwickeln können ich weiß nicht ob man auf wie willion liegen kann es ist ein versuch wert soll ich mir hier so ein pomel fangen oder eine raubi ich glaube die pomel ist schon cooler kann man auch so ein ding wiegen äh ich glaube bad walk hat generell keine mods dafür hat bad walk quasi die es ist aber sind auch eher addons und ich glaube im base game auch nicht wirklich sondern es sind eher so quasi adventure welt und die hat dann die hat dann ja war quasi auch mehr oder weniger aber halt nicht offiziell von den entwicklern also quasi ganz grob gesagt hat bad walk eine handvoll von mods im gegensatz zu den tausenden von java mods und die sind eigentlich alle hinter der paywall ist halt so ein bisschen fluch und sägen also bad walk läuft technisch deutlich besser als java aber der vierte java mods und so aber der vierte java mods und so ja das gute ist und jetzt ich kann nichts versprechen bei mir war das viel besser das gute ist wenn du dir mein kopf java auf dem pc kaufst kriegst du auch kostenlos die bad walk version zusammen glaube ich außer das war so mal ein angebot temporäres was nicht mehr ist wo auf jeden fall haben mal zu einer zeit alle leute die minecraft java hatten ich glaube letztes jahr haben ab letztes jahr wahrscheinlich ist es immer noch so aber vielleicht war es ein angebot i don't know alle leute die den minecraft launcher haben auf dem pc und dort minecraft java haben haben kostenlos noch die bad walk version dazu bekommen und ich glaube andersrum war es auch so also wenn man auf dem pc wenn man auf dem pc bad walk hatte und nicht java hat man java kostenlos dazu bekommen ich glaube das ist immer noch so das heißt man bekommt auf dem pc beide versionen nachteil haben halt nur die konsolenspieler weil auf dem konsolen gibt es ja möglicherweise kein java ich glaube die haben irgendwas anderes bekommen oder so aber not sure ich glaube ich glaube im umhang oder so hat man in java unangeschenkten texture pack support und shader support ja und dann geschenken in bad walk halt auch aber halt beschränkt das heißt da auch also es gibt paar die kostenlos sind für bad walk und die sind auch schon von standard in den game quasi dabei das heißt dann musst du nichts irgendwie noch in vorderpacken oder sowas ganz gut aber manche sind auch in der paywall und so in bad walk hast du halt wirklich alles kostenlos klar es gibt auch hin und wieder aber das ist mir jetzt noch nie so ein problem gewesen um ehrlich zu sein es gibt natürlich auch irgendwie mod ersteller oder so oder texture pack ersteller die irgendwie keine ahnung die neueste version erst ihren paten subs oder so geben das gibt es halt auch aber das ist mir nie wirklich aufgefallen das war jetzt irgendwie ein hindernis für mich ähm fuck heiße ich verhunger ähm aber ich sollte ich glaube ich sterbe nicht ich glaube ich sterbe nicht gibt es irgendein pokémon was ich töten kann btw haben wir flome haben wir pro mehr gefangen er ist jetzt hier auf englisch ne wo ist 6 gen haben wir gefangen ok also in java kann in online einfach shader und texture packs runterladen und dann auch über den ordner in minecraft verzeichnete in minecraft benutzen genau du hast quasi also ich kann es jetzt nicht hier richtig zeigen aber wenn du dann ich glaube windows r drückst hat man ja diese prozent app data und so ne dann gibst du das ein dann hast du dann einen minecraft ordner ich glaube punkt minecraft heißt der ähm dann hast du da drin sowas wie ich glaube resource packs oder texture packs und dann kannst du quasi hier innerhalb von minecraft ähm hierbei ich glaube grafik einstellungen oder ressourcen einstellen ich glaube resource packs ist für texture packs und äh für shader musst du dir noch einen mod runterladen der heißt optifine aber optifine ähm ist quasi ist quasi nur ein mod der da musst du auch nicht mal irgendwie was anderes installieren sondern einfach eine datei machst du doppelklick installiert die mod und dann hast du quasi in deinem launcher so ein extra profil und dann steht auch optifine äh und dann noch die version dahinter äh und dann hast du quasi diese ganzen grafikeinstellungen hier unter grafikeinstellungen hast du dann hier noch diese ganz neuen sachen ich weiß jetzt gar nicht was vanille ist und was durch die mod optifine hinzukam hier steht auch ja optifine ähm und dann bei shader kannst du hast du dann noch extra einen neuen ordner in deinem punkt minecraft ordner da ist shader glaube ich dann in dem fall und da packst du das halt rein wenn du es nicht findest du kannst ja auch einfach shader ordner drücken dann packst du das halt einfach rein da gibt es tausend videos auf youtube die das besser erklären als ich auch für mods und so also ich könnte es dir zeigen ne aber ähm selbst erklären jetzt mit worten ist so ein bisschen schwer aber es gibt da so ein programm das heißt forges eigentlich genau das gleiche wie optifine nur dass du halt da noch extra mods hinzufügen musst es gibt noch ein paar alternativen zu forge aber forge ist so das was am meisten genutzt wird quasi als mod tool es gibt noch techniklauncher und so aber da kenne ich mir jetzt nicht so aus da habe ich das letzte mal zum ersten mal benutzt und äh ja ich glaube techniklauncher ist ganz gut wenn man modpacks hat also sowas wie keine ahnung irgendwie eine eigene serie hat quasi mit zig mods 10 plus mods was auch immer 50 plus mods ja dann ist techniklauncher ganz gut aber grundsätzlich wirklich standardmäßig kann man empfehlen optifine einfach grundsätzlich weil das einfach die performance auch verbessert für java man sieht ich habe trotzdem einbrüche und so ist halt einfach so vor allem im stream singleplayer kann ich versprechen läuft es besser oder nicht eher eine singleplayer sondern offscreen da ist gerade jemand influence ja das ist halt die sache ne ich bin ja influencer die 200 punkte nicht töten kann die vielleicht essen vielleicht fleckmann oder taubst und es gibt auch extra seiten für mods ist klar es gibt tausende seiten aber eine die ich immer wieder nutze ist die habe ich vergessen wie die heißt ich glaube curseforge oder so die hat sehr viele minecraft mods wenn 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 es da also generell empfehle ich aber erstmal grundsätzlich youtube hier ist angucken also auch tutorial jetzt erstmal natürlich wie man mods installiert wie man optifine installiert und so weiter auch wenn es sehr easy ist also ich weiß gar nicht was ich da noch alles sagen soll eigentlich ne jetzt wirklich sehr easy ist tatsächlich und ansonsten ja natürlich welche mods und so weiter gibt ich muss sagen pixie mon ist nice aber es gibt es gibt eine mod die ich glaube die wird sehr bald besser sein als pixie mon was pokémon angeht es gibt da so eine mod die die macht pixie mon so ein bisschen konkurrenz in der pokémon mod ich würde sie auch nutzen aber die ist noch relativ neu und hat deswegen noch nicht so viel content aber ich glaube so in paar monaten nutze ich die ja also wirklich minecraft moden ist super einfach fischi und huhn okay wir haben schon mal vier alles heilt uns mal nicht was bedeutet goldini bestimmt auch noch was ne gramos kann mich mal gramos regne richtig auf was ist das denn ja kaber da opera gx folgt mir mats und wie Fisch? Oder ist dieser... Dieser Käfer. I'm dead. Schallquart. Noch mehr Fisch? Ja, jetzt kommt Apooros GX mit dem Sponsor, ne? Sehen das Potenzial. Ich würde es annehmen. Nein, ich würde es annehmen. Aber ich benutze es ja eh selbst, also why not? Ich glaube, ich bin so downwärtig, ich glaube, ich würde jedes Sponsor annehmen. Ich bin ehrlich, ich bin wenigstens ehrlich, ich glaube, ich würde jedes Sponsor annehmen. So, egal was. Außer, außer ist es wirklich sehr krass, irgendwie unmoralisch, aber das muss dann schon so wirklich in die, ja schon kriminelle Ecke gehen. Like, wow, ich bin fucking 20. Geld ist mein Hauptproblem. So, natürlich würde ich da irgendwie, I don't know, die Scheine sehen. White Shadow Legend? Ich hab keine Ahnung von der White Shadow Legend. Nein, ich würde es aber trotzdem annehmen. 100%. Erstens, ich will auch kein Affiliate sein. Affiliate ist kacke. Hab ich Werbung? Vielleicht nicht mal was bekomme. Oh, shit. Ähm. Äh, nee, ausdauere ich nicht. So, okay, reicht auch. Ich kann jetzt zurückgehen. Wo auch immer mein Home ist. Ich hab keine Ahnung. Trink dich? Boah, ein Nestle. Das ist... Hier ist mein Home. Deswegen, ich hasse Nestle wirklich sehr. Ich versuche auch nichts von denen zu kaufen. Kann natürlich sein, dass ich mir da mal irgendwie was... Genau, ich mal was übersehe oder so. Steht ja nicht immer vorne drauf. Komplett so, ne? Aber so ein Sponsor von denen? Es kommt natürlich auch drauf an, wie viel. Äh, Home. Waypoints. Ähm, Endern. Und lass ich mal Dorf. Ja, Nestle ist schon ziemlich krass. Wow, wenn Nestle irgendwie Kondome hätte... Ich wäre schon mindestens dreifacher Vater. It is what it is. Und jetzt... Und jetzt, wo das ist... ist mir echt wieder so weit weggegangen? holy shit wir haben wieder ein paar Leute infollort ich könnte schwören, ich hatte das letzte Mal schon irgendwie 56 aber ich hab seitdem eigentlich wieder zwei Follower gemacht und jetzt hatte ich wieder vorhin 56, jetzt habe ich wieder 57 ich glaube da sind mir ein paar Leute infollort tja ich hab keinen Stein kein guter Stein kein Bruchstein ich brauche aber Bruchstalle Vertriebe Ladybar 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 ich bin heute nackt aufgewacht wir haben aber keine Kohle haben wir eine Kohle wir haben eine Kohle okay oder was heißt geil sie waren eigentlich waren sie durchschnittlich mittlerweile kenne ich bessere Sachen aber für mich damals war es überdurchschnittlich es gab mal so richtig Boss Epic was ist Epic? ist es stärker als ja fuck 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 scheiße oh Velosi wurde wieder okay soll ich sagen es gab mal richtig geile vegetarische Sachen dann irgendwann ich weiß nicht ob die erst aufgekauft wurden oder so aber irgendwann habe ich gesehen okay fuck ist mein Nestle ich war so pisst seitdem kaufe ich die nicht mehr Nestle ist wirklich so einer der einzigen Sachen die ich wirklich boykottiere ich bin echt kein boykottier Typ aber Nestle ist wirklich so einer der einer der Sachen wirklich die ich boykottiere ansonsten was boykottiere ich noch ähm Lidl Lidl boykottiere ich was mir ganz gelegen kommt weil Lidl finde ich eh so ein dreckiger Scheißladen Alter boah Norma boykottiere ich aber da habe ich kein habe ich kein böses Blut einfach nur weil ich die Produkte scheiße finde und der und der Laden absolut fucking dreckig ist Norma Alter dreckige Scheiße ähm oh Boss das ist ein Boss lol ähm ja aber scheiße alle sind tot ah ne Tyrakrook nicht er ist trotzdem 25 oh Gott den schaffe ich trotzdem nicht oh wei ich höre ich trotzdem nicht oh wei schade mit einem vollen Team hätte ich vielleicht geschafft mit einem vollen Team hätte ich vielleicht geschafft ein wirkliches No-Go ich glaube einfach die meisten haben auch keine Ahnung das Ding ist wenn man dann zusammenlebt dann äh ja würde ich die Dinger auch nicht einkaufen ach la 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 okay so ich mache mir noch mal ein bisschen hier schnapp ich mir für eine kiste ja das ding ist ich glaube was was konsumieren gibt gibt es für mich nicht wirklich ich glaube die 1 oder die einzigen red flags für mich was konsumieren angeht sind drogen inklusive rauchen weil ich finde rauchen ist so rauchen ist so unattraktiv wie kaum was anderes meine freundin jetzt irgendwie keine ahnung rauchen oder trinken würde dann wäre das was anderes aber was dating jetzt angeht so kann aber ich würde wahrscheinlich niemals anfangen eine frau zu daten die einer eine ahnung raucherin ist aktive man jetzt auch vor allem aktiv so wenn man mal auf partys oder so mal einmal keine ahnung alle paar monate was macht dann ist was was anderes aber wirklich eine die keine ahnung alle 20 minuten mal die frische luft muss für eine zigarette dann dann sowas würde ich nicht denken ja also ich hatte schon genug erfahrung mit ich sag mal frauen mit bestimmten marken charakterlich und ich sag mal so ich brauche jetzt nicht nur eine mit einer drogensucht so eine brauche ich jetzt nur noch wirklich nicht das wird mir noch gerade so fehlen das nehme ich mit nehme ich mit alle alles da rein so 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 na es wird jetzt nur wird jetzt so eine sache okay wir gehen mir straight dahin einfach ja vielleicht vielleicht finden wir noch ein dorf auf dem weg wer weiß who knows aber damit wir uns dann wo mich hin abholen können ja das ding ist ich bin ehrlich ich habe keinen bock auf gewitter und regen das heißt gehe ich noch mal pennen ich gehe noch mal pennen weil darauf habe ich jetzt echt keinen mehr ja also wirklich rauchen ist so eines der unattraktivsten sachen außerhalb von charakter eigenschaften die man machen kann so warum regnet es noch und hört es nicht auf habe ich nicht durchgeschlafen ne die los gerade i don't know bin ich mir die dumm da habe ich aber nicht gepennt das ist nicht fucking shiny das ist nicht fucking shiny Ist das ein Boss? Ist das ein fucking Boss? Bin ja, wie unlucky. Und shiny haben die ganzen legendären Bosse immer so'n shiny, denkens. Meinst du, Kuh-Hacken? Aber ist das so eine Sache, dass die so ihren Sex machen, so? Was bist du denn hier für einer, by the way? TMs? Okay. Ich hab niemals gestorben. Wenn's jetzt nachts ist. Wollen wir in den Dorf sonst auch in Betten gehen, oder? Hier ist schon mal was mit einer... Abhängigen. Ich glaub, ich hatte mal was mit einer, die was genommen hatte, aber kann auch sein, dass ich mich angelogen hab, damit ich irgendwie, keine Ahnung, böse reagiere, was ich getan habe. Würdigerweise. Ähm... Da hast du Pokémon-Sendor, okay. Ähm... Ich pack mal... Erstmal Item, so. Ja, wobei... Ich... Ich nehm's denn ja bald wieder mit. Ähm... Ich pack mal... I don't know. Für Lohsi weg, I guess. Für Pormel. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Watsö. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Polleraugen, ja, statt Silberblick an den Kader. Ja, ich kenne tatsächlich einige Personen, die so jetzt, keine Ahnung, in meinem Alter so noch nie eine Beziehung hatten oder nur eine oder so, I don't know. Oh, man, weg jetzt ich. Ist ja klar, eigentlich, ne? Das fühle ich so überrascht. Da ist ein grünes, äh, grünes Radfratz irgendwo gewesen. Irgendwo, das sehe ich jetzt nicht mehr, da ist ein seltenes Hut-Hut. Das, äh, ja, ein ungewöhnlicher... Ja, verpiss dich. Vielleicht, vielleicht schaffe ich das. Das ist Radfratz vielleicht, schaffe ich das? Das ist 30, okay, das ist schon brutal. Ist schon brutal. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, Mino muss ja auch keine Beziehung wollen, ne? Ja. Ja. Shit, warum trifft der so oft? White Buponcho entwickelt sich nicht. Wann entwickelt sich denn Buponcho? Ist das ja auf 10? Oh, nee, auf 12, okay. Okay. Ähm. Ja, dann gehe ich mal so, ne? In die Richtung wieder. Ich gehe mal so, ne? Da können wir nicht kann quindi Huhn machen. Bichu. Bigger. 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 clinchenball, okay? Bigger. 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 Guattini! Patsuel! Flemely entwickelt sich! Nice. Das ist dann, äh, daneben keine Zeit mehr in Beziehung. Ich bin jetzt in 19 und hab noch genug Zeit, wenn ich meine Meinung in 2017 ziehen hier. Ach ja, eben. Jungblut! Endlich! Kampf! Nee, da ist sie immer noch zu hoch, sich da anzulegen für. Du brauchst 3-4, aber komm, den schaffen wir doch, oder? Macht Verfolgung, Alter! Ha! Ha! Hirriga Latim. Dynamax Bonbon, Alter. Was... der Kindwurm war ja jetzt vom Trainer keine Ahnung wo man Kindwurm fängt wobei wir könnten es ja jetzt theoretisch nachgucken wenn man jetzt den Eintrag durch die Trainerin Kindwurm Description Badlands at Nacht Modified Badlands ich weiß nicht, war das da hinten also war das da hinten oder war das von denen also diese komische Wüste, ich glaub das war Badlands aber ich weiß nicht, ob das vielleicht von dem von dem Mod von dem Biom-Mod irgendwie eine angepasste angepasstes Biom war kann halt auch sein das ist ja wild, was ist das denn hier? ein Reisfeld oder was? ist ja wild wieder Jean? war wieder? eine Prairie sind wir, okay irgendwie gibt's hier keine Pokémon, ne? so oben sind ein paar welche, oder? im Norden, was ich gesagt habe oh lol hier ist nicht Schlurm war, wobei es ne ist in der Höhle kacke ist in der Höhle aber ich hoffe man kann auch hier wieder auch bei fliegen ich hoffe man kann auch den fliegen bei mir ja es hat Flüge und so aber es ist halt es ist halt ein Käfer so, ne? und das ist ja nicht so, als würde man auf allen fliegen können weil ich glaube auf Taubsee kann man jetzt nicht fliegen kann man auf Porenta fliegen? ja hier ist eins ist paralysiert, nice als ob es jetzt Aero Ass einsetzt, oder? oder was ist das, dass ich switche? kraftfeder dicker Lauch, Alter wieder ein Endivio in der Nähe also Endivio habe ich jetzt schon irgendwie keine Ahnung aufgesehen aber ist doch irgendwie der einzige Starter, ne? alle anderen waren bisher nur einmal ich würde ganz gerne nochmal das Hopplo fangen oder langsam mal, keine Ahnung, Glumanda oder so, ne? die Challenge dürfen wir ja auch nicht vergessen um Ähm. Krokenau. Ich will jetzt nicht mein ganzes Inventar finden mit dem Scheiß hier. Ich muss doch wieder Scheiße zurückbringen. So. Okay, und Puponcho entwickelt sich. Let's go. Können wir darauf fliegen, please? Please, please, please. Auch wenn wir es gerade nicht sehen, weil warum auch immer. Nicht schäte, ja. Ja, wir werden es jetzt nicht aktiv verwenden, aber... Natürlich kannst du nicht fliegen. Natürlich kannst du nicht fliegen. Ah, dafür habe ich dich doch gefangen. Ich bezweifle, dass es Purenta fliegen kann. Du kannst bestimmt fliegen. Die da oben. Das ist ein Pinker's Topsy. Und die da oben ist. Und dieses hat Forian Murray. Bup, bup, bup Bup, 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 bup Bup, 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 bup Bup, 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 bup können. Das ist nicht so weit. Hätte ich vielleicht echt machen sollen, ne? Ich Idiot. Na, aber ich würde, glaube ich, jetzt sogar den Stream beenden. Ja, mache ich auch. Weil ich muss pennen. Und vielleicht mache ich dieses ganze Transportieren-Lager-Dingens auch auf Screen. Dann ist das nicht so langweilig. Naja, dies war's. Man sieht sich fest, vielleicht hoffentlich bald. Äh, ja. Bis dann, ne? Man sieht sich irgendwie, wann, wann, bah, bah, bah. Egal. Es gibt irgendwie nichts mehr.